Was geht ab, Freunde? Welcome back zum ersten offiziellen True Crime Tuesday am Mittwoch. Es ist Mittwoch, ihr weiß noch nicht, ob True Crime Tuesday oder Thursday, wie auch immer. Wir schauen heute mal wieder Insolito. Ihr kennt Insolito und ihr liebt Insolito. Wer hat die neunjährige Peggy Knobloch ermordet? Dokumentation 2021. Extrem oft vorgeschlagen worden, wirklich extremes Feedback bekommen zu dem Video. Deswegen schauen wir uns das hier als nächstes an. Ich bin gespannt. Ich versuche jetzt ungefähr einmal die Woche so, eigentlich sollte das am Dienstag immer sein, dass wir jetzt True Crime machen. Aber schauen wir mal, ob das hinhaut, oder? Schauen wir mal, ob es hinhaut. Crime Day, genau. Wer kennt es nicht? Als Kind lässt man sich oft von Freunden mitreißen und legt auf dem Heimweg von der Schule noch einen Abstecher zum Park, Spielplatz oder Bütchen ein. Eltern gehen dabei oft die verrücktesten Szenarien durch den Kopf. Doch in den meisten Fällen tauchen die Kinder wenig später wieder auf und können in die Arme der Eltern geschlossen werden. In den meisten Fällen, jedoch nicht in dem von Peggy Knobloch. Am 7. Mai 2001 verschwand die neunjährige spurlos. Der mitreißende, vermissten Fall der kleinen Peggy Knobloch ist unvergleichlich. Denn obwohl es eine Verurteilung und ein Gerichtsverfahren gab, gilt der Fall noch heute als ungelöst. Was es mit dem Verschwinden von ihr auf sich hat und warum dieser Fall so besonnen ist, erfahrt ihr im heutigen Video. Ah, vielleicht irgendwie Kindesgefährdung oder so? Wenn irgendjemand auf das Kind hätte aufpassen sollen, aber es ist... Nee, äh, oder? Insolito. 2005. Ey, Insolito erweckt bei mir so ein bisschen so die Memories von damals, als ich bei meiner Oma Aktenzeichen XY geschaut habe. Das war auch eine Sendung, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und da denkst du dir dann auch, also ich weiß nicht, ob das nur so unterbewusst ist oder nicht, aber ich bin auch ein bisschen mehr aware of my surroundings geworden, habe ich so das Gefühl, seitdem ich mich halt so mit, äh, oder seitdem ich mich halt damit so beschäftigt habe. Mona, Michi und Rikun, Dankeschön euch für die Subs, vielen lieben Dank. Kapitel 1. Die kleine Peggy kam am 6. April 1992 in Bayreuth auf die Welt und war das erste Kind von Susanne Knoblauch und Mario Schwenk. Die Beziehung der jungen Eltern sollte jedoch nicht allzu lange halten. Nach einer kurzen Zeit in Eckental verließ Susanne Knoblauch ihren Freund und zog mit Peggy nach Schwanwebel bei Bremen, um für eine kurze Zeit mit einem anderen, neuen Mann zu leben. Skylight, Dankeschön, jetzt haut sie die Subs raus, oder? Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange und Peggys Mutter kam wieder mit Mario Schwenke zusammen. Okay. Als Peggy 3 war, brach die Beziehung der beiden dann langsam endgültig auseinander und Susanne Knoblauch zog wieder zurück in ihre Heimat, nach Halle. Zu dieser Zeit lernte sie Peggys Stiefvater in einer Diskothek in Hof kennen, für den sie ihren damaligen Freund verließ. Susanne war zu diesem Zeitpunkt schon mit ihrem zweiten Kind schwanger, welches in Halle auf die Welt kam. So wurde aus der anfänglichen Affäre letztendlich eine feste Beziehung. Und als Peggy 6 war, zog die kleine Familie nach Lichtenberg auf den Marktplatz 8. Im überschaubaren Lichtenberg gefiel es der kleinen Peggy besonders gut. Sie fühlte sich wohl, konnte Freundschaften knüpfen und alle im Ort hatten ein offenes Ohr für die kleine Knoblauch. Das ist cool. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht ganz gecheckt, wann sie quasi immer umgezogen sind, also in welchem Alter, aber ist ja auch egal. Gerade wenn du als Kind umziehst, muss das immer unfassbar schwer sein. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich mein ganzes Leben oder meine ganze Jugend, sag ich jetzt mal, bis ich ausgezogen bin, immer auf einem Fleck gewohnt habe. Außer mit, ich glaube, mit zwei Jahren oder sowas. Ich glaube, ganz am Anfang von meinem Leben haben wir noch bei meiner Oma gewohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil meine Eltern haben dann das, ja, ist ja wurscht, schwierig, also einfach von der Location her und sowas. Das Haus, was wir dann hatten, das wurde gerade eben renoviert und sowas und dies und das und jenes. Aber halt, ich war immer im gleichen Ort und ich spüre da auch, sag ich euch ganz ehrlich, da spüre ich eine krasse Verbundenheit so mit dem Ort. Da ihre Mutter als Altenpflegerin im Schichtdienst arbeitete und oft nicht zu Hause war, wenn ihre Tochter aus der Schule kam, hatte Peggy einen Wohnungsschlüssel. Oftmals ging sie aber auch einfach zu befreundeten Nachbarn, die auch mit Peggys Familie aus Halle verwandt waren oder in ein Lokal und verbrachte die Zeit dort, bis ihre Eltern von der Arbeit wiederkamen. Es war also üblich, dass Susanne Knoblauch nach der Arbeit erst einmal zu den Nachbarn oder ins benachbarte Lokal ging, um dort nach Peggy zu suchen. Das ist aber auch sehr cool, dass die da alle so connected sind. Das ist wirklich cool. Peggy war für ihr Alter viel unterwegs. Sie spielte oft draußen, redete viel mit den Leuten. Fiona spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, ich lese gleich vor. Wir gehen noch ein bisschen rein ins Video. Und war bei allen für ihre freundliche und herzliche Art bekannt. Das führte auch dazu, dass die kleine Peggy das Stadtbild stark mitgeprägt hat. Jeder kannte sie. Jeder liebte sie. Die Neunjährige ging gerne in die Schule und anfangs war sie noch eine gute Schülerin. Doch das sollte sich bald ändern. Am Morgen des 7. Mai 2001 wollte Peggy die Wohnung nicht verlassen. Doch nach einigen Überredungskünsten der Mutter machte sie sich um kurz nach halb acht auf den Weg zur Schule. Sie hält bei einem Laden, kauft sich eine Käsestange. Okay, ich weiß jetzt schon, das sind die wichtigsten Details. Kurz vor oder kurz nach acht Uhr? Nach halb acht auf den Weg zur Schule. Kurz nach halb acht, das wäre ich mir... Okay. Sie hält bei einem Laden, kauft sich eine Käsestange, etwas zu trinken und Süßigkeiten. Fühlig. Trotz des Bummeln schafft sie es noch gerade so rechtzeitig zur ersten Stunde, die um 7.50 Uhr beginnt. Es ist Montag und es steht Mathe... Also es wird kein weiter Weg gewesen sein. Deutsch. Also kurz nach halb acht? Kurz nach halb acht? Okay, ja. Heimatkunde, Sachkunde und noch eine weitere Stunde Mathe auf dem Plan. Von den Anstrengungen der Schule wird sie vom Glockenläuten um 12.50 Uhr befreit. Aber auf halber Strecke merkt Peggy, dass sie ihren Geldbeutel vergessen hat. Sie dreht um und sucht ihn einige Zeit im Klassenzimmer. Ha! Mit neun Jahren, Alter. Ey, geil, cool. Na, mit neun Jahren hatte ich noch kein Geld, kein Geld, kein Geld, kein Geldbeutel. Als sie ihn endlich unter dem Tisch findet, ist es 13.05 Uhr. Zusammen mit einer Freundin geht sie nach Hause. Die Freundinnen machen an einem Kaugummiautomaten einen kurzen Halt und werden dort auch von einem Mitschüler gesehen. Ungefähr zehn Minuten später kommen sie am Haus einer Mitschülerin vorbei und werden dort von der Schwester am Gartentor gesehen. Das bestätigt auch die Mutter eines weiteren Mitschülers, die mit dem Auto an den beiden Mädchen vorbeifährt und ihnen zuwinkt. Peggy winkt zurück. Eine weitere Zeugin sieht Peggy dann auf der Nailerstraße Richtung Stadtmütze. Okay. Zunächst weiß sie nicht, wer es ist, doch dann erkennt sie Peggy von hinten. An ihrer Frisur, dem pinken Schulranzen und dem Diddelmaus-Anhänger, der rhythmisch auf- und abhüpft. Diddelmaus war auch so gaudet. Am Henry-Matteu-Platz dreht sich Peggy dann zur Seite und die Zeugin kann dort auch ihr Gesicht erkennen. Der Weg der beiden Freundinnen trennt sich auch genau dort, am Henry-Matteu-Platz. Ihre beste Freundin, Daniela und sie, gehen getrennte Wege, verabreden sich vorher aber noch für den Schulweg am nächsten Tag. Vom Henry-Matteu-Platz sind es nur noch 200 Meter bis zur Wohnung der Knoblochs. Ja, das ist wirklich gar nichts. Boah, das ist krass. Sie war hier. Sie war hier und wurde hier gesehen und hier haben sie sich verabschiedet. Und hier wohnen sie. Oder haben sie gewohnt. Das kannst du halt original, wenn ich da stehen würde und lossprinten würde, dann wäre ich da, was hat er gesagt, 60 Meter oder sowas? Dann wäre ich da in 10 Sekunden dort. Aber auf genau diesen 200 Metern. Ah, 200 Meter, ja gut, dann brauche ich 4 Minuten. Verschwindet Peggy spurlos. Zwar wird sie um 13.24 Uhr noch von einer Mitschülerin vom Schulbus aus gesehen. Und eine weitere Mitschülerin sieht, wie Peggy in Richtung Zuhause läuft. Aber ab der Kurve, die zum Marktplatz führt, gibt es keine Zeugenaussagen und Sichtungen mehr. Niemand weiß, was mit Peggy auf diesen 200 Metern passiert ist. Das heißt, Peggy wurde das letzte Mal nachweislich um 13.24 Uhr gesehen. Susanne Knoblauch kommt gegen 20.15 Uhr von der Arbeit und stellt fest, dass Peggy nicht zu Hause ist. Alles war dunkel. Peggys Schuhe waren nicht da und auch ihr Schulranzen fehlte. Außerdem steckte sonst der Schlüssel von innen, was diesmal nicht der Fall war. Die Wohnung wirkte unberührt und sah genauso aus, wie sie Susanne Knoblauch verlassen hatte. Kein Zettel, keine Nachricht. Ja, okay, 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 stimmt, weil dann weiß man nicht, ob sie zu Hause war. Nichts. Als erstes schaut sie natürlich bei den Nachbarn vorbei, da sie dort, wie schon erwähnt, öfter unterkam. Aber da ist sie und war sie an dem Tag auch nicht. Susanne ist besorgt, sofort ruft sie jeden an, der irgendeine Verbindung zu Peggy hat. Lehrer, Bekannte, Verwandte. Doch niemand wusste, wo sie sich befindet. Um 21.56 Uhr dann der Anruf, den sie hoffte, niemals machen zu müssen. Sie nahm das Telefon in die Hand und wählte 110. Sie schildert der Polizei die Situation. Und die Suche nach ihrer Tochter beginnt. Peggys beste Freundin Daniela wird um 1.15 Uhr geweckt und befragt. Diese bestätigte, dass sich ihre Wege an der Nailer Straße trennten und die Vermisste von dort aus alleine weitergegangen ist. Um 1.30 Uhr wird eine erste Personenbeschreibung in das LKA München eingereicht und die wichtigsten Kontaktpersonen werden aufgesucht. Gegen 3 Uhr sucht die Polizei bei den Großeltern das Gelände ab. Haus, Garten, Keller, Gartenlaube. Aber keine Spur von Peggy. Ebenfalls um 3 Uhr wird in Heroldsberg Peggys leiblicher Vater Mario Schwenk befragt. Ja, das ist auch, also mit Kindern ist es auch immer schwierig, weil es kann da auch echt passieren, dass Kinder auch vor irgendwas vielleicht Angst haben oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht das Kind hat eine Prüfung und hat Angst vor der Prüfung, weil es hat nicht gelernt oder sowas. Und dann ist halt der erste Instinkt, okay, ich will irgendwo weg, ich will irgendwo flüchten oder sowas. Ich habe irgendwann mal was gesehen. Ich weiß nicht mal, wo das war oder so. Ich habe das nur jetzt so ganz vague als Memory. Da war ein Kind und das ist auch verschwunden. Und das hat, also nicht lange, aber das haben die dann irgendwie, also paar Stunden später, also das haben sie gesucht und ein paar Stunden später sind sie draufgekommen. Das hat sich im Garten in der Hundehütte, hat sich das da so reingekauert oder sowas. Und wollte sich einfach nur verstecken vor der ganzen Welt. Deswegen ist es halt auch immer schwierig, weil erstens Kinder sind naiv, ne, wenn da irgendjemand was zu deinem Kind sagt oder sowas, dann kann es das wahrscheinlich relativ leicht oder verhältnismäßig leicht überzeugen, mitzukommen. Und Kinder sind auch unberechenbar und das kann halt sowas sein, dass sich das Kind eben in einer Gartenhütte oder sonst was. Deswegen haben sie halt wahrscheinlich auch bei den Großeltern das Gelände dadurch sucht, weil da kennt das Kind wenigstens so die Umgebung und sowas. Und das kann sein, dass es dort untergekommen ist. By the way, Fiona hat gespendet und hat geschrieben, ich kenne fast alle Insolito-Videos, aber mit dir sind sie noch unterhaltsamer. Weiter so, ey, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Wird aber nicht erklären, warum sie kurz vor der Wohnung plötzlich weg war. Naja, das weiß man ja nicht. Da wurde sie das letzte Mal gesehen. Das ist das Ding. Sie könnte auch zu Hause reingegangen sein. Und vielleicht ist dann jemand, hat dann jemand gesehen, dass sie gerade reingeht und hat quasi noch den Fuß in die Tür gestellt oder so oder sie ist reingegangen und hat sich dann gedacht, naja, okay, jetzt geht sie mal zu den Großeltern oder so und ist dann ganz woanders, äh, weiß nicht, verschwunden, ne? Das ist halt die Frage. Dieser sagt aus, dass er seine Tochter schon seit Jahren nicht mehr gesehen hätte. Und das genügt der Polizei zunächst. Peggys Stiefvater fing um 3.30 Uhr an Suchplakate zu erstellen. Und gegen 4 Uhr ruft die Polizei Susanne Knobloch an. Sie bittet sie um ein Fahndungsbild und um die Erlaubnis, Peggys vollen Namen verwenden zu dürfen. Die Polizei versucht also alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Ist aber auch gut. Also normalerweise bei Insolito-Videos ist immer gleich mal, okay, die haben sich an die Polizei gewendet und die haben gesagt, naja, weißt du, aber da ist gut, oder? Vor allem verschwinden, okay, okay. Er hat das schon mit der Schule angesprochen. Bevor wir mit den Suchbemühungen und Ermittlungen weitermachen, sollten wir auf das eingehen, was ich eben schon angedeutet habe. Nämlich die Verhaltensveränderungen Peggys vor ihrem Verschwinden. Peggy fing an, sich ab der dritten Klasse auffällig zu verschlechtern in der Schule. Sie war unkonzentriert, vergaß ihre Hausaufgaben und hat sich leicht ablenken lassen. Hinzu kommt, dass sie regelmäßig zu spät kam und manchmal sogar komplett abwesend gewirkt hat. Selbst in ihrem Lieblingsfach Mathe wurde sie immer schlechter. Das einzige Fach, in dem sie noch gut war, war Sport. Das führte dazu, dass Peggy sich ein halbes Jahr vor ihrem Verschwinden im TSV Lichtenberg anmeldete und sowohl in der Mädchenfußballmannschaft spielte, als auch beim Kindertouren teilnahm. Zum Alten selbst fand Peggy dadurch aber nicht. Ihr Verhalten war weiterhin merkwürdig und auffällig. Die Drittklässlerin wurde mit der Zeit immer stiller, fing an sich zurückzuziehen und nässte sich sogar ein. Andere Kinder berichteten von blauen Flecken an Peggys Körper. Doch es gab kein Anzeichen dafür, dass sie zu Hause geschlagen. Ja, blaue Flecken hatte ich auch als Kind, weil du bist einfach, gerade wenn du Sport machst und sowas, oder Schürfungen und sowas, da weiß ich noch, einmal bin ich mit dem, ich hatte einen Roller und mein Weg in die Schule war damals, wenn ich irgendwie zehn Jahre alt war oder so was, oder neun Jahre alt war, war gefühlt zu Fuß zwei bis drei Minuten, eh also drei Minuten oder sowas. Aber ganz in der Nähe von der Schule gewohnt und da bin ich einmal mit dem Roller gefahren. Einmal wurde mir der scheiß Roller geklaut, oder von irgendeinem Vollidioten. Aber einmal bin ich in die Schule gefahren und ich fahre und ich fahre und ich fahre und gerade mit dem Roller, das ist dann eineinhalb Minuten Weg oder sowas. Und da war da ein Kieselstein und ich bin voll gegen diesen Kieselstein und bin mit dem Gesicht auf den Gehweg geflogen. Und da war da eine Frau, die ist mit dem Auto rangefahren und die hat kein Deutsch gesprochen. Die hat irgendwas gesagt auf fucking, keine Ahnung, Bulgarisch oder sonst was und hat sich halt voll Sorgen gemacht um mich und sowas und ich so, na geht schon, geht schon, alles gut, alles gut. Und dann bin ich in die Schule weitergegangen oder weitergefahren, weil ich habe nicht wirklich gewusst, wie ich aussehe oder sowas. Und da war ich in der Umkleidekabine und da war da diese Paula. Und die Paula schaut mich so an und sagt, was ist mit dir passiert? Und ich so, nein, ich bin nur kurz hingefallen und sowas. Und dann gehe ich so und steppe so rauf in die Klasse mit meiner Lehrerin und so, was ist los mit dir? Du kannst ja nicht in die Schule kommen, alles ist okay bei dir. Und ich so, ja, ja, passt dir alles und sowas. Hab ich mich dann in den Spiegel geschaut, Bruder, voll geblutet im ganzen Gesicht und so. Und dann hat mich meine Mom abgeholt, aber meine, meine, ähm, meine Lehrerin hat gesagt, ich bin voll tapfer, dass ich trotzdem in die Schule gegangen bin. Da war ich dann urstolz. Aber im Mädchen, da sitzt dir irgendein Kind in der Klasse, blutet, voll im Gesicht, alle anderen Kinder ganz normal. Und sie hat sich darauf schließen lassen, dass irgendetwas im Umfeld von Peggy sie belastete. So fand Peggy's Mutter ihre kleine Tochter eines Tages nach einem Training weinens in der Ecke. Sie wollte auf gar keinen Fall nach Hause, nannte dafür aber keine wirklichen Gründe. Des Öfteren machte Peggy ihre Hausaufgaben im Wirtshaus, das sie manchmal nach der Schule aufsuchte, wenn ihre Mama noch nicht zu Hause war. Der Wirt des Gasthauses sagte später, dass Peggy und sein Sohn öfter in die Wohnung gegangen seien und, Zitat, Dinge gemacht haben. Zur Erinnerung, Peggy ist zu dem Zeitpunkt gerade einmal neun Jahre alt. Ja, und der Sohn? Ich hab das jetzt gerade nicht gecheckt. Und Dinge gemacht haben, soll zwar rätselhaft und nicht belastend formuliert sein. Aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Der Sohn des Wirts verneinte die Anschuldigungen zwar, aber warum sollte ein Vater seinen Sohn solch prekärer Vergehen beschuldigen? Hat er gesagt, wie alt er ist? Warte mal ganz kurz. Im Zeitpunkt später, dass Peggy... Wenn es jetzt irgendein anderes Kind war oder sowas, dann ist es immer noch weird, aber dann ist er, okay, dann... Der wird die ja nicht entführt haben. Die Mütterin machte Peggy ihre Hausaufgaben im Wirtshaus, das sie manchmal nach der Schule aufsuchte, wenn ihre Mama noch nicht zu Hause war. Der Wirt des Gasthauses sagte später, dass Peggy und sein Sohn öfter in die Wohnung gegangen seien und Zitat, Dinge gemacht haben. Nee, hat er nicht gesagt. Aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Der Sohn des Wirts verneinte die Anschuldigungen zwar, aber warum sollte ein Vater seinen Sohn solch prekärer Vergehen beschuldigen? Auch Trainer des Sportvereins berichteten von auffälligen Ereignissen mit Peggy, die zum eigentlich glücklichen Kind überhaupt nicht passten. Norbert Rangt, der damalige Trainer des TSV, erzählte, dass Peggy nach dem Kinderturn auf ihn zukam und etwas Untypisches und extrem Unangemessenes für ein Kind in ihrem Alter sagte. Er kann sich zwar nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, doch es war eine, Zitat, Bordellreferenz. Auch eine damalige Jugendtrainerin berichtet von einem besorgniserregendem Vorfall. Die Trainerin fand Peggy mit nacktem Unterkörper vor und beobachtete, wie sie an sich, Zitat, rummanipulierte und zusätzlich auf ihrer Unterhose rumbiss. Es ist fraglich, warum Peggys auffälliges Verhalten nie wirklich Thema der Ermittlungen war. Auch ein Ausflug zu den Großeltern in Schwarzenbach wirft weitere Fragen auf, auf die auch die Polizei keine genauen Antworten finden konnte. Fakt ist jedoch, dass Peggy mit einem aufgeschlagenen Kinn ins Krankenhaus kam und ihre Platzwunde genäht werden musste. Die Uroma sagt aus, dass Peggy in der Badewanne ausgerutscht ist. Der Opa stützt diese Aussage und fügt hinzu, dass sie in der Badewanne schwindelig geworden ist und sie daraufhin ausrutschte. Ja, das kann aber sein. Susanne Knobloch befragt später ihre Tochter selbst zu dem Vorfall und zu ihr soll sie gesagt haben, dass sie von einem Roller gefallen ist. Warum traut sich Peggy nicht die Wahrheit zu sagen? Gerade wenn es sich einfach um einen Badeunfall handelt. Peggy zog sich daraufhin immer mehr zurück und verliehte kaum noch das Haus. Ein Kind, das normalerweise ihre gesamte Freizeit draußen verbrachte und Lichtenberg mit ihrem Lächeln und ansteckender Freude unterhielt. Peggy wirkte wie... Also das mit der Bordellreferenz, das finde ich mitunter am weirdesten, weil das kommt ja nicht von irgendwo. Also generell, das alles ist sehr weird. Dass sie nicht nach Hause will nach dem Training ist weird. Dass sie da was anderes gesagt hat, so in der Badewanne oder sowas, das ist sehr weird und sowas. Keine Ahnung. Aber das mit dem Bordell, das ist dann etwas, was man ihr beibringt. Weißt du, was ich meine? Das hat sie von irgendwo mitbekommen. Das hat sie von irgendwo gesehen oder sowas. Ich kenne mich jetzt nicht aus, sage ich euch ehrlich, dass ich neun Jahre alt bin, war. Ist schon ein bisschen länger her. Aber so jetzt ein neunjähriges Kind, das an sich rum manipuliert oder so. Es hört sich weird an, aber ich glaube, es könnte, also irgendwas davon könnte auch ohne Zusammenhang gewesen sein. Das könnte auch einfach, ja, auffälliges Verhalten gewesen sein. Aber halt, okay, das ist ein neunjähriges Kind. Ich bin dann auch irgendwann mal schlechter in der Schule geworden. Ich war damals mega, mega gut. Ich war damals mega, mega, mega gut in der Schule. Und ich hatte nur einen da, außer einmal in der dritten Klasse in Textilienwerken, weil die dumme Lehrerin so blöd war und nicht anerkannt hat, dass mein blöder Maxl, den ich gestrickt habe, voll gut war. Tja, hat sie mir ein ganzes Volksschulzeugnis. Es hat sie, ja, nur eins und dann eine, zwei oder wegen der Blöder. Sie hat sie ausgetauscht. Anstatt sich auf ihren Roller zu schwingen, mit dem sie das Dorf immer unsicher machte, saß sie schweigend vom Fernseher. Sie fing an, ihre benutzten Unterhosen zu verstecken oder sogar in den Müll zu werfen und schloss sich im Badezimmer ein. Normalerweise hatte sie auch kein Problem damit, sich unbekleidet in der Wohnung zu bewegen. Aber auch das wollte sie nicht mehr. Wären keine anderen Ereignisse vorgefallen, könnte man dies auf ein neu entwickeltes Schamgefühl schieben. Aber so wirkt es so, als wäre etwas vorgefallen. Auch alleine schlafen ging nicht mehr. Sie kroch abends immer wieder zu ihren Schwestern ins Bett. Baden wollte sie auch nicht mehr alleine. Hinzu kommt ihr schlechtes Essverhalten und die Tatsache, dass sie sich weigerte, zu ihren Nachbarn zu gehen. Dinge, die früher alltäglich gewesen sind, wurden zu den größten Problemen. Susanne Knobloch gibt an, dass sie nach den Ferien auf einem Zeltplatz in Halle nicht mehr zurück nach Lichtenberg wollte. Die Mutter schätzt später bei Befragungen, dass dieses auffällige Verhalten ungefähr ein Jahr vor ihrem Verschwinden anfing und immer schlimmer wurde. Die Familie war ratlos. Erwähnenswert sind auch mysteriöse Anrufe an Peggy. Immer wenn ihre Eltern fragten, wer am Telefon gewesen sei, antwortete Peggy, niemand. Das ist weird. Das ist sehr weird. Wenn mein Kind... Nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wenn mein Kind irgendjemand anruft... Bruder, was machst du dann überhaupt? Ich überlege gerade, wie das bei mir damals war. Gut, Festnetz und sowas war ja damals Standard. Ich weiß noch, ich habe immer bei meinem besten Freund angerufen und habe gefragt, ob er gerade Zeit hat. Und dann hat immer irgendjemand abgehoben, die Mom, die Schwester oder was weiß ich was. Und dann habe ich immer so gesagt, kannst du kurz den Ding ranholen und sowas. Und dann habe ich immer so gefragt, na und, was geht, haben wir Zeit. Aber niemand... Du hast es Freunde? Ja, als Kind damals schon. Tja, das war es, oder? Aber niemand... Kann man das dann nicht nachverfolgen? Ich weiß nicht, wie das war, aber so... Ja gut, ich weiß auch nicht, was das für ein Telefon war. Aber na, konntest du wahrscheinlich nicht wirklich sehen, was die letzten Anrufe waren, oder? Doch wenn jemand anderes als Peggy ranging, meldete sich keine Stimme und es wurde sofort aufgelegt. Stimmt, im Telefonbuch standen die Adressen, ja, ja. Ja, ja, stimmt, stimmt. Laut dem Stiefvater häuften sich diese Anrufe in den letzten Wochen vor dem Verschwinden. Wer rief die Knoblauch so auffällig oft an? Und wieso hatte Peggy nicht verraten, von wem diese Anrufe stammen? Als die Mutter nicht mehr weiter wusste, ging sie mit Peggy Anfang April 2001 zum Arzt. Neben der Platzwunde durch den Sturz in der Badewanne will der Arzt Peggy Ritalin verschreiben. Der Grund? Ihr Verhalten könnte auf ADHS zurückzuführen sein. Und neben dem diagnostizierten ADHS soll Peggy auch hyperaktiv gewesen sein und unter Migräne, Nasenbluten und unruhigem und hibbeligem Verhalten gelitten haben. Letztendlich kriegt Peggy aber anstatt Ritalin Sedin Pfand verschrieben. Das ist ein pflanzliches Arzneimittel, das unter anderem bei nervös bedingten Einschlafstörungen helfen soll und eine sedierende Wirkung aufweisen kann. Im zweiten Arztbesuch am 26. April 2001 zieht der behandelnde Arzt die Fäden der Platzwunde. Beim Verhalten von Peggy stellt er keine Verbesserung fest, also verschreibt er Peggy ein neues Medikament, das Psychopharmacum Melporen. Die Anwendungsgebiete dieses Mittels sind Einschlafstörungen, Verwirrtheitszustände, Dämpfung von psychomotorischer Unruhe und Erregungszustände, Psychosen, Oligophrenie, organisch bedingter Demenz, Psychoneurosen und wird insbesondere bei Patienten der Psychiatrie verwendet. Okay, das klingt schon sehr heavy. Da musst du dann auch den Arzt überzeugen, dass dein Kind wirkliche Probleme hat, weil es kommt ja nicht von irgendwo. Ich kenne mich nicht aus mit so Ritalin und sowas, ich weiß nur, dass Youngblood das bekommen hat, aber ADHS. ADHS, ja sowieso, also bei Kindern, ich weiß nicht, wie das halt ist, also du gehst halt als besorgte Mutter dahin und sowas und ich meine, es ist sicher oft so, dass sich zu viele Leute mit ADHS direkt selbst diagnostizieren und sagen, naja, ich habe ADHS, weil, na klar, weil ich, keine Ahnung, ich habe einen Fidget-Spinner gehabt, wie ich ein Kind war oder sowas, keine Ahnung, ist mal wurscht. Aber wenn du hingehst und sagst, yo, mein Kind hat sehr auffällige Verhaltensweisen und dies und das und jenes und ich weiß nicht mehr wohin und sie kann nicht mehr einschlafen und keine Ahnung, du hast ja null Ahnung, ich hätte auch keine Ahnung, was ich dem Kind dann geben würde, dann musst du auch einfach mal ausprobieren als Arzt, weil du kannst auch nicht immer die genaue Ausgangslage perfekt diagnostizieren und er hat dir was verschrieben, was anscheinend nicht funktioniert hat. Okay, dann kriegst du jetzt was anderes. Ähm, ja, ich habe ADHS, also ohne Hyperaktivität nehme auch Ritalin. Okay, funktioniert das gut oder was macht das mit einem? Da wirst du nicht zum Zombie bei Antidepressiva schon, bitte nicht verwechseln. Ich kenne mich nicht aus mit so Medikamenten. Na, ich weiß halt nur, yo, dein Kind kann nicht schlafen, dann gibst du ihm irgendwas, womit es besser schlafen kann als Arzt. Keine Ahnung, macht für mich Sinn. Ob die Verschreibung eines... Aber ist trotzdem, ist trotzdem heavy, das ist halt ein Medikament, das bei Psycho... Was hat er gesagt? Äh, na, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das in der Psychiatrieanwendung findet? Dolch Extremmedikaments wirklich nötig war, bleibt offen. Was aber fraglich ist... Psychosen? Warum verschreibt ein Arzt einem neunjährigen Kind ein Medikament, das ausdrücklich nicht für Kinder unter zwölf Jahren empfohlen wird? Äußern wollte sich der damals behandelnde Arzt nicht dazu. Viel fragwürdiger ist aber, warum all diese Anzeigen Missbrauch nicht intensiver untersucht wurden, sondern einfach ein Medikament verschrieben wurde. Die Polizei konnte keine Hinweise für einen Missbrauch feststellen. Doch das Verhalten von Peggy spricht für sich. Ja, also ich glaube, bei ein paar Sachen, bei ein paar Sachen, da bist du dir safe, da denkst du dir, ja okay, es ist weird, aber vielleicht... Na gut, die hatten ja auch Schwestern, aber ich weiß auch nicht, wie alt die Schwestern waren. Ist ja egal, angenommen, das ist dein erstes Kind und so, dann weißt du ja auch nicht, okay, das Kind, das kommt jetzt auf die Idee, dass es da... Dass es halt nicht mehr nackt herumläuft in der Wohnung und sowas. Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ab wann man das halt nicht mehr macht und sowas. Weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ja, so ein paar Sachen. Gerade das mit den Anrufen, das mit den Anrufen und mit dieser Bordellreferenz. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern die Eltern dann über alles Bescheid wussten und das dann auch in dem Zusammenhang sehen. Weil vielleicht hat das der Coach von dieser Mannschaft da, hat das gehört und hat sich gedacht, okay, das ist weird, aber ich muss jetzt nicht direkt die Eltern anrufen. Sondern das ist auch weird, dass das Kind das sagt. Und dann wird er halt auch befragt von der Polizei und dann ist halt so, ja, keine Ahnung, was mit dem Kind ist, aber das hat bei ihm was Weirdes gesagt. Und dann ist das natürlich ein großer Faktor in dem größeren Bild. Die Sonderkommission wartet nicht lange und startet am 8. Mai 2001, also nur ein Tag nach Peggys Verschwinden, eine groß angelegte Suchaktion. Eine Hundertschaft drückt an und macht sich in der näheren... Ja, das mit dem Sohn vom Wirten, das finde ich auch weird. Aber ich weiß noch nicht, wie alt der ist. Aber generell alles, was so über... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, alles, was... Wenn der so ab... Es ist immer weird, es ist immer weird. Ich will da keine Grenze setzen. Es ist weird, wenn der Sohn von dir, wenn du sagst, ja, mein Sohn, der geht mit der Peggy und macht irgendwelche Dinge mit ihr. ...umgebung Lichtenbergs auf die Suche nach Peggy. Ja. Noch sind die Hoffnungen groß, das kleine Mädchen lebendig zu finden. Trotz der dürftigen Spurenlage wird der umliegende Wald Meter für Meter abgesucht und Hubschrauber fliegen über die Ortschaften hin und her. Ja, ja, safe. Safe, die Eltern sollten informiert werden, aber ich weiß nicht, ob sie das wurden. Ich sag dir ehrlich, ich habe auch weirde Sachen erlebt in der Schule. Jetzt nicht sowas, aber da sind auch nicht immer die Eltern informiert worden, weil die denken sich dann immer, ja, okay, die Kinder sind halt irgendwie deppert oder so. Keine Ahnung. Die Suche wurde auch ans angrenzende Thüringen erweitert. Doch bis dato, ohne Erfolg. Auch Wärmebildkameras und Bundesjets mit Infrarot fanden nichts in den umliegenden Gewässern. Es schien fast so, als wäre Peggy vom Erdboden verschluckt worden. Aufgrund der großen Berichterstattung in den Medien gingen zahlreiche Hinweise ein. Die Polizei vernimmt jeden, der etwas gesehen haben könnte und die ersten Zeugenaussagen kommen zusammen. Es scheint zunächst so, als wenn viele Peggy auch noch nach 13.24 Uhr gesehen hätten. Ich weiß, sie sind dazu verpflichtet, aber ist es in der Realität so? Nicht wirklich. Ein Zeuge sagt aus, dass er gesehen habe, wie Peggy um 14 Uhr in ein anderes Auto gestiegen wäre. Er habe ihr direkt in die Augen sehen können und war sich deswegen sicher, dass es... Um 14 Uhr? Okay, warte mal. Um 13.24 Uhr wurde sie ja offiziell zum letzten Mal gesichtet. Es sich dabei um die Vermisste handelte. Zwei Jungs behaupten auch, dass sie zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr gesehen haben, wie Peggy mit einem anderen Mädchen zusammen in ein Auto gestiegen ist. Bei der ersten Vernehmung der Jungs am 8. Mai 2001 wurden ihnen Fotos von Peggy gezeigt und die beiden bestätigten, dass sie genau dieses Mädchen gesehen haben. Das Auto soll ein Mercedes mit tschechischem Kennzeichen gewesen sein. Sie seien sich bei der Automarke sicher, da sie den bekannten Stern erkannt haben. Das ist auch krass, dass sie sich an sowas überhaupt erinnern können, weil das ist ja eine Sache, die hat überhaupt keinen Effekt auf dich. Du siehst einfach die Peggy und denkst dir, ja Peggy, ich steig dir in irgendein Auto ein, ja es wird der Papa sein oder sonst wer. Und dann vergisst du es wieder. Ich habe keine Ahnung. Oder kennst du dieses Ding so, wenn du in der Klasse sitzt oder irgendjemand ist hinter dir oder neben dir oder sowas und du denkst so, was hat diese Person gerade an? Bei mir ist es relativ leicht, weil ich habe immer ein schwarzes T-Shirt an. Aber das ist eine nicht wichtige Information für dich und deswegen blendest du das aus und kannst dich nicht mehr daran erinnern. Aber ja, Zeugenaussagen sind total ungenau, ohne Gedankenprotokoll. Es ist halt schwierig, aber du kannst halt, das ist halt nichts an dem ganzen Fall wahr auffällig und aus dem Grund ist es auch schwer, das genau zu pinpointen. Aber wenn du dann zwei Jungs hast, die sagen, ey wir haben das gesehen und wir sind uns sicher, dass es die Peggy war, das ist schon mal ein guter Hinweis. Die Mutter von einem der Jungs sagt aus, dass ihr Sohn schon am Tag zuvor von diesem Auto erzählt hat. Okay. Nach mehreren Vernehmungen, mal mit und mal ohne Eltern, wurden die Aussagen immer detaillierter. Peggy soll beispielsweise eine Packung Kaugummis in der Hand gehabt haben. Das wüssten sie, weil sie bloß fünf bis sechs Meter von ihr entfernt gestanden hätten. Doch in einer Vernehmung am 11. Juni 2001 nimmt einer der Jungs seine Aussage zurück und behauptet, dass sie frei erfunden wäre. Am selben Tag macht der andere Junge genau das gleiche. Dies bestätigten die beiden auch noch einmal in einem Interview aus dem Jahr 2012. Also ein Klassiker. What the fuck, warum? Das ist ganz weird. Das ist ganz, ganz weird. Zwei Jungs haben gesehen oder wollen gesehen haben, dass Peggy Knobloch in ein Auto eingestiegen ist, von dem der eine auch schon am Tag davor geredet hat. Und dann sagen sie später, nee, das war frei erfunden. Das haben wir uns einfach nur ausgedacht. Warum? Warum? A, für Aufmerksamkeit. Wie alt waren die Kids? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich genauso alt wie sie. So neun, zehn Jahre alt oder sowas. Für Aufmerksamkeit. Aber dann ist halt die Frage, naja, die wollten was Cooles machen. Das ist schon crazy. Ich meine, du gehst ja auch mit deinem Kind dann zur Polizeistation und du, und das wird dann, also verhört nicht. Aber das berichtet dann das Ganze und sowas. Und dann wirst du ja mit dem nach Hause gehen und da werden die Eltern sagen so, guck, dass du das gesehen hast. Und wie war das? Und kannst du dich noch an mehr erinnern? Und dies und das und jenes. Das heißt, du musst ja die Eltern auch anlügen und sowas. Und dann irgendwann, vielleicht ist es dann irgendwann mal rausgekommen, dass es halt wirklich einfach nur erfunden war. Aber dann ist halt auch die Frage, okay, boah, das wird dann safe sehr, sehr viele Ermittlungen falsch geleitet haben. Weil dann wird dann erstmal fett gesucht nach diesem silbernen Mercedes, glaube ich war das, aus Tschechien oder mit tschechischem Kennzeichen. Da werden da alle Akten durchgegangen sein. Okay, ist hier irgendjemand registriert? Gibt es Leute, die in Tschechien wohnhaft sind, aber hier in der Nähe halt arbeiten oder so? Und lauter solche Geschichten. Also da wird das extrem unnötig in die Länge gezogen worden sein, aufgrund von zwei falschen Aussagen. Das ein Kamerad von Peggy sagte aus, dass er sie am Quellenstein weg... War bestimmt eine Ablenkung, ja, aber als ob du zwei Kinder davon überzeugen kannst, dass sie dich da ablenken. Ey, Kevin, danke schön für den Rate mit 68 Personen. Grüß dich, müß dich. Hättest du noch eine mehr gehabt, oder Kevin? Bisschen mehr wäre sich auch ausgegangen. Na wusch, du bist ja auch dabei. 69 Personen, welcome, welcome. Wir schauen gerade insolid, wo das Verschwinden von der neuerjährigen Peggy Knoblauch. Und Julia, danke für den Sub. Ich hoffe, ihr hattet einen nicen Stream. Richtung Freizeitzentrum gesehen habe. Sie sei dort mit einem etwas kleineren Mädchen vorbeigelaufen. Das zweite Mädchen habe er nicht erkannt. Bei einer zweiten Befragung wollten die Ermittler wissen, ob sie einen Ranzen trug. Wahrscheinlich, um seine Aussage mit denen der anderen abzugleichen. Rosener Ranzen. Und zuerst bejahte er dies auch. Nach einer weiteren Befragung aber, verneinte er die Frage nun doch. Aber seine Mutter sei sich sicher, dass eines der Mädchen sehr wohl einen Schulranzen getragen habe. Dazu kommen auch noch Zeugenaussagen mehrerer Jungen, die alle sagen, dass sie Peggy am Nachmittag im Zentrum gesehen haben. Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr hat eine Schülerin Peggy am Rathaus gesehen. Wo ist das? Das wird da wahrscheinlich auch irgendwo in der Nähe sein, oder? Und zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr soll Peggy mit einem anderen, kleineren und etwas jüngeren Mädchen in die Bäckerei gegangen sein. Da ist halt das Problem, sie werden ja alle ungefähr gleich ausgeschaut haben. Jo, Kinder im Alter von neun Jahren oder sagen wir mal so acht bis elf Jahren oder sowas, sind alle ungefähr so bei der gleichen Größe. Die Mädchen werden alle ungefähr, keine Ahnung, so blonde Haare haben. Kinder haben ja auch generell, also wenn du jünger bist oder ist es als Baby nur so, ich weiß nicht, haben ja dann auch öfter mal blaue Haare, äh blaue Augen und schauen dann ungefähr alle gleich aus. So, vielleicht wurde sie da ja auch verwechselt. Ich kann mich erinnern an den Fall mit Rebecca Reusch. Da wurde ja auch viel berichtet von einem Mädchen, dass einen, also die ist vermisst worden und sie hatte potenziell eine rosa Decke mit sich und ein rosa, ich weiß nicht mehr, was war eine rosa Jacke oder sowas. Und dann haben auf einmal voll viele Leute, voll viele Leute ein Mädchen oder wollen ein Mädchen gesehen haben mit einer rosa Decke und mit einer rosa Jacke, die durch die City gesteppt ist. Und genau, also ich glaube, das ist dann vielleicht auch viel Placebo, also was heißt Placebo, viel Einbildung oder halt du hörst, jo, da wird ein Mädchen vermisst und das ist 1,30 Meter groß und das hat blaue Augen und blonde Haare und sowas. Dann denkst du, ja stimmt, ich habe das doch irgendwo gesehen und dann verwechselst du vielleicht auch noch die Tage und hast vielleicht wirklich die Peggy gesehen, aber halt einen Tag davor oder so. Boah, das ist halt, äh, ja. Ein anderer hat Peggy und das unbekannte Mädchen zwischen 16 und 16.30 Uhr durch das Schaufenster gesehen und sie gegrüßt. Peggy soll zurückgegrüßt haben. Dieselbe Aussage traf auch ein anderer Junge bei einer Befragung am 11. Mai 2001. Aber das wird ja dann auch machbar sein, dieses Mädchen ausfindig zu machen. Wie viele Kinder wird es denn da geben, die da in der Nähe leben? Weil das, das wird ja nicht irgendein random Kind dorthin gefahren sein in die Stadt oder halt nicht von weit außerhalb. Und dann wird man einfach alle Kinder befragen können, jo, hattet ihr Kontakt zu Peggy? Seid ihr da irgendwo herumgegangen oder sowas oder nicht? Weil es kann ja immer noch sein, es kann ja immer noch sein, sie wurde das letzte Mal offiziell, hat er ja am Anfang gesehen, 13.30 Uhr oder sowas gesichtet, bei diesem Hauptplatz. 200 Meter von der Wohnung weg. Vielleicht ist sie dann ja wirklich in die Wohnung gegangen, nur jetzt hat sie keiner gesehen oder beachtet oder kann sich keiner mehr erinnern, so. Und dann ist sie später, hat sie sich mit einem anderen Mädchen getroffen und die sind dann halt durch die Seele gestappt. Und dann wollte sie später noch irgendwo hin zu diesem Gasthaus oder sonst was, zu diesem Wirtshaus und wurde dann irgendwo dazwischen von irgendjemandem maybe entführt. So, das kann ja, das kann ja sein. Noch ein weiterer Junge behauptete, dass er mit Peggy am Feuerwehrhaus gespielt habe. Okay, das ist schon sehr spezifisch. Diese Aussage bestätigt seinen Bruder. Danach will er gesehen haben, wie Peggy auf einem Feldweg verfolgt und gejagt und ihr lebloser Körper von einem Mann verscharrt wurde. Bitte was? Er hat... Er hat gesehen, er hat mit ihr gespielt und dann hat er gesehen, dass jemand sie jagt und, und im gleichen Atemzug quasi, ne, und dann ihren leblosen Körper irgendwo verscharrt. Die Polizei glaubt dem Jungen nie und ging dieser Aussage deshalb auch nie nach. Natürlich, 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 der redet ja scheiße, natürlich, was, was, oha, oha, ich meine, ich kenne die Umstände nicht, ich kenne die Umstände nicht und die Polizei ist ja auch bemüht. Ey, 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 yo, ey, hallo, ich habe mit der Peggy gespielt am Feuerwehrplatz und dann habe ich gesehen, wie jemand sie entführt hat und wie jemand sie, wie jemand sie mitgeschleppt hat und sowas. I doubt it, I doubt it. Normalste Aussage. Was kann man da machen? Naja, dann such halt da erstmal das Feld ab, nach irgendwelchen Spuren. Du musst ja nicht mehr, du musst ja nicht mal Peggy als, äh, also Peggy direkt finden. Aber da wirst du vielleicht irgendwas finden, keine Ahnung, einen Stofffetzen oder irgendwo ein niedergetrampeltes Gras oder sonst was. Stets bemüht. Polizei einfach schlechter Detektiv. Ey, I don't know, I don't know. Außerdem gab es Hinweise, die vermuten lassen, dass Peggy einige Kilometer von Lichtenberg entfernt an einer Gaststätte gesichtet wurde. Ein Urlaubsehepaar war sich sicher, dass sie sich bei dem Mädchen um Peggy gehandelt haben. Anfänglich nahm die Polizei die Aussage des Pärchens ernst. Doch später verwarfen sie diesen Hinweis wieder. Gegen 19 Uhr hat ein Junge ein Mädchen auf einem blausilbernen Roller vor seiner Haustür gesehen. Ein weiterer Junge sagt dasselbe aus. Er hat ebenfalls auf dem Rückweg seines Fußballspiels ein Mädchen gesehen, das mit einem blausilbernen Roller in Richtung Zeitel weit gefahren ist. Mehrere Zeugen stützen diese Aussage. Doch der Hinweis sollte ins Leere laufen. Die Soko hat... Kinder schauen so unterschiedlich aus. Ja, natürlich, aber halt blond, klein, neun Jahre alt. Das ist halt dann, mehr brauchst du nicht. Aber ermittelt und herausgefunden. Du kannst Babys unterscheiden, what the fuck. ...kunden, dass es sich bei den beschriebenen Mädchen um die Tochter eines Finanzbeamten handelte, die einen ähnlichen Roller wie Peggy hatte. Hier stellt sich aber die Frage, warum sich die Soko da so sicher ist. Denn der Finanzbeamte bestätigt, dass seine Tochter an diesem Tag überhaupt nicht in Lichtenberg gewesen ist. Er bekräftigte seine Aussage nochmal, indem er dem Vorsitzenden Richter einen Brief schrieb und sagte, dass es definitiv nicht seine Tochter war und sie an diesem Tag nicht in Lichtenberg gewesen ist. Am 10. Mai 2001 hat ein Spaziergänger am Wegesrand in einem nahegelegenen Wald eine Leiche gesehen. Es war ein Mädchen mit einem puppenhaften Gesicht und sofort dachte der Spaziergänger an Peggy. Aufgrund des Schocks lief er zunächst nach Hause, da er sich den Körper nicht näher ansehen wollte. Erst daraufhin riefen die Familienmitglieder die Polizei. Ey, ich wüsste auch nicht, was ich da machen würde. Also wenn du, also legit, legit, wenn du irgendwo im Wald bist oder sowas, wenn du irgendwo bist, wo du alleine bist und dann siehst du sowas, boah, da schießt dir das Adrenalin eurer in die Zehennägel. Bist du deppert. Da bist du aus dem Staub, aus dem Staub. Naja, sofort Kops anrufen, ja klar, das ist halt das, das ist halt das, woran du halt jetzt denkst, aber in Wahrheit ist es dann so, okay, du siehst da vorne eine Leiche, du denkst dir vielleicht, okay, vielleicht ist hier irgendjemand, vielleicht werde ich gerade beobachtet, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist hier irgendein, irgendein, was ist jetzt, irgendein Wildschwein oder sonst was, ne, das mich jetzt gleich attackieren wird und sowas. Wobei, da könntest du dich ja easy hinter einem Baum verstecken, ne. Würdet ihr den Kampf gegen einen Wildschwein gewinnen? Ich ja. Als die Beamten am vermeintlichen Fundort ankamen, fanden sie weder eine Leiche. Oh mein Gott, oh mein Gott, dann ist das safe beobachtet worden. Und genau? Ja, 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 trotzdem anrufen, dann hören die mit, dann hören die, wie ich weglaufe, dann hören die, wie ich weglaufe, oida. Okay, 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 okay. Dann hat dich irgendjemand beobachtet, während du in diesem Wald gesteppt bist, weil das bildest du dir ja nicht ein. Ein puppenhaftes Gesicht, hat er gesagt. Das bildest du dir ja nicht ein. Halluzinationen? I don't know. I don't know. Noch irgendwelche Spuren, die darauf hinweisen würden? Also wie ihr merkt, es gibt unzählige Zeugenaussagen, die eigentlich alle bestätigen, dass Peggy Knobloch noch nach 13.24 Uhr gesehen wurde. Es kann vielleicht etwas verwirrend wirken, aber ich habe versucht, die Zeugenaussagen so gut wie möglich mit in dieses Video unterzubringen, ohne dass sie verwirrend wirken. Ja, also was machst du dann halt danach? Das macht das Ganze ja nochmal auch schlimmer für diese Person, die diese Leiche dann ziemlich sicher gesehen hat. Weil du gehst ganz normal spazieren, dann siehst du sowas, hast komplett Panik, rennst nach Hause, erzählst allen Menschen, was du gerade eben gesehen hast. Dann fahren die Cops dorthin und dann stellt sich heraus, dort ist nichts mehr. Bruder, also schlafen kannst du danach nicht mehr. Schlafen kannst du danach nicht mehr. Im Nachhinein kann man auch den Ort verwechseln, deswegen immer sofort anrufen. Ja, natürlich, das ist das Beste, aber ich glaube, bei sowas merkst du dir das. Also jetzt einfach nur rein, ich hatte so einen Moment glaube ich noch nie, aber jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel so zurückdenkst an, oder zurückdenkst, die ganzen Leute, die am 11. September schon erwachsen waren oder sich daran erinnern können und sowas, die sagen dir ja alle so, ja, ich weiß noch ganz genau, wo ich war und was ich gemacht habe und sowas, wo ich das halt erfahren habe. Also das ist so ein Hit quasi, da weißt du sofort, ey, genau an dem Punkt. Ich bringe mich lieber zuerst in Sicherheit, dann sollen wir uns halt mit Hunden suchen. Ja, das sowieso, also das sowieso, das sowieso. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Ja, stimmt, weil es hat da auch nicht jeder ein Handy, das sowieso. Ging weiter und die Ermittlungen reichten selbst bis ins Ausland. Sie führten nach Tschechien und in das Heimatland des Stiefvaters, in die Türkei. Doch trotz einer Belohnung von 55.000 D-Mark fand man keine stichfesten Beweise auf den Aufenthaltsort von Peggy oder einer Straftat. Insgesamt. Ja, Self-Attentat von Wien weiß ich auch noch ganz genau. Also, da habe ich gerade gezockt und ich weiß auch noch genau, was ich gezockt habe und so. Das ist ganz, ganz weird gewesen. Gehen die Sonderkommission über 4.800 Spuren nach. Ohne Erfolg. Die Ermittlungen ergaben einige mögliche Szenarien. Und anfangs gab es mehr als nur einen Tatverdächtigen. Das ist auch ein Grund von vielen, warum dieser Fall so komplex und mysteriös ist. Im Folgenden. Ey, Buffy, danke dir. Buffy 1606 spendet 10 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Buffy. Dankeschön, Buffy. Buffy hat geschrieben, äh, bin deiner stille Zuschauerin und möchte mal Danke sagen für deinen super Content und deine 1A-Reactions. Oh, dankeschön. Für dich merkt man, dass du auch Bock drauf hast und selbst bei den Reactions spielst du kurz andere Clips mit rein, wenn du an was Passendes erinnert wirst. Mach weiter so. Beste Grüße. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die 10 Euro. Ey, es freut mich, es freut mich wirklich so extrem, dass auch die, die Reactions so gut ankommen, weil es macht halt einfach Bock. Es macht halt einfach Bock. Und es ist spannend und wir schauen uns halt das an, was mich halt auch interessiert. Und deswegen, also, ey, dream, dream, dass ihr das alle enjoyt. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr hier seid. Dann werde ich euch die Verdächtigen mit den entsprechenden Indizien etwas näher bringen. Okay. Hauptverdächtiger wird wahrscheinlich sein, der, entweder dieser eine, der Ex-Mann von Susanne, weil der wurde paar Mal erwähnt, aber immer in so einem weirden Kontext. Nicht der Erhan, sondern der andere. Der Mario. Äh, dann dieser Sohn von dem Wirt. Ja, wen gibt's noch? Stiefvater? Robert E. Okay. Einer der Tatverdächtigen hieß Robert E. Er lebte zum Zeitpunkt Peggys Verschwinden in Lichtenberg. Anfangs gab es allerdings keinerlei Zeugenberichte oder Hinweise, die ihn mit Peggy in Verbindung gebracht hätten. Doch ein anonymer Hinweis genügte der Sonderkommission aus, um sein Haus mit Leichenspürhunden abzusuchen. Gefunden wurde jedoch nichts. Warum also der anonyme Hinweis? Nach Peggys Verschwinden verging sich Robert E. tatsächlich an Minderjährigen. Er missbrauchte seine 10-jährige Patentochter und 11-jährige Stiefenkelin und saß daraufhin eine 3-jährige Gefängnisstrafe an. Seine Neigungen müssen also schon 2001 bekannt gewesen sein. Doch selbst 12 Jahre nach Peggys Verschwinden fand die Polizei nichts in seinem Haus, das einen Verdacht bestätigen würde. Eine Woche lang gruben, bohrten und räumten sie das gesamte Haus von Robert E. um. Das ist so geisteskrank. Zwei Kinder. Zwei Kinder. Du machst das jetzt? 2.27, du bist wieder draußen. Das ist nie was passiert. Was sind drei Jahre? Was sind drei Jahre, Alter? Gar nichts. Drei Jahre vergehen so schnell. Überleg dir mal, 2017, Alter, war vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren. Das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Bist du deppert, Alter. 100 Gramm aus Holland und kriegt mehr Strafe, das sowieso. Es wurden zwar Knochenteile gefunden. Diese sind aber darauf zurückzuführen, dass das Haus, in dem er wohnt, auf einem alten Friedhof erbaut worden ist. Okay, okay, okay. Wie auch schon bei den ersten... Boah, das ist auch weird. Du wohnst da, imagine, du schaust runter und hättest du X-Ray an, dann werden einfach lauter Leichen. What? In der Durchsuchung gab es keinerlei Hinweise auf Peggy. Also, neben einem Friedhof zu wohnen, das habe ich nie gemacht, aber bei uns oder näher, da gibt es einen Friedhof und da gegenüber ist ein richtig nice Haus, steht ein richtig schönes Haus und ich habe mir gedacht, eigentlich crazy, dass du genau den Spot choost. Ich meine, da kommt alles Mögliche mit dazu. Ich weiß nicht, vielleicht ist neben einem Friedhof auch günstiger oder auch nicht, aber das Ding ist, neben einem Friedhof werden keine neuen oder quasi auf diesem Friedhof werden ja keine neuen Häuser erbaut. Wahrscheinlich in den nächsten zig Jahren. Zumindest könntest du davon ausgehen. Deswegen, da hast du halt immer Ruhe. Da hast du halt immer Ruhe. Wenn das ein großer Friedhof ist und du bist quasi genau in der Mitte und da ist so eine Straße und hinter dir ist kaum was oder du hast den großen Garten, hast immer Ruhe. Immer Ruhe. Aber es ist weird, sage ich dir ganz ehrlich. Vor allem, wenn dann irgendjemand von deiner Familie vielleicht dort begraben wird, das ist dann, glaube ich, ein ganz, es ist schön, wenn du die Person dann immer so da bei dir hast, aber ich weiß nicht, neben einem Friedhof zu wohnen, das wäre nichts für mich. Da gibt es, da gibt es, Bruder, das ist ja überhaupt das Schlimmste, da gibt es bei einem Kollegen von mir, da bin ich manchmal Fußballspielen gewesen, okay? Und neben diesem Fußballplatz, das ist so ein Funcourt, ist direkt daneben ein Friedhof. Und da passiert es auch, da passiert es auch manchmal, weil das hat halt, du hast halt da solche Zäune und sowas, aber keine Decke, weil es gibt auch so Funcourts mit so einer Decke oder zumindest mit so einem, mit so Schnür, na, mit so einem, ihr wisst, was ich meine, mit einer Decke. Und da gibt es keine Decke, sondern da passiert es auch, dass du mal volle Wucht schießt und entweder du schießt straight drüber oder du schießt irgendwie an die Latte und dann fliegt der Ball auf einmal in den Friedhof rein. Und ja, so ein Netz, genau. Und dann fliegt der Ball auf einmal in den Friedhof rein. Das ist halt ultra peinlich, weil dann bin ich auch mal über diesen, also in den Friedhof rein und musst du den Ball holen. Und ja, das ist ja auch nichts, oder? Da trauern irgendwelche Leute. Und da baust du, wer baut direkt neben am Friedhof einen Funcourt hin? Gottes Willen, Alter. Aber ja. Jens B. Okay, also der erste Typ, der erste Typ hat nicht direkt was mit ihr zu tun, aber er hat sich an Kindern vergangen und deswegen ist er ein Verdächtiger. Ist klar, ist klar. Am 11. Mai 2001 machte der Nachbar der Knoblochs, Jens B., eine Aussage bei der Polizei und Verdächtigte sich damit teilweise selbst. Besonders sein Verhalten lenkte den Fokus der Sonderkommission auf Peggys Nachbarn. Jens B. war Kurierfahrer und war großer Teil vom Leben der vermissten Neunjährigen. Wie vorher schon erwähnt, verbrachte Peggy oft die Nachmittage oder Abende bei den Nachbarn, wenn ihre Mutter und ihr Stiefvater noch arbeiten waren. Auch wenn Jens B. laut eigener Aussage mit Peggy eigentlich gar nichts zu tun hatte und alles seine damalige Frau Anke machte, war er dennoch oft zu Hause, wenn Peggy da war. Er beschrieb sie als lebendiges, lustiges, freches und etwas nerviges Kind. Am Tag ihres Verschwindens waren die B.s zunächst gar nicht in Lichtenberg. Aufgrund von wiederholtem zu schnell fahren, verlor Jens B. seinen Führerschein und musste in Weiden einer MPU machen. Seine Frau begleitete ihn dorthin. Das Ehepaar traf gegen 13.30 Uhr zu Hause ein und gegen 20 Uhr berichtet er von Susanne Knoblochs Klingeln, um nach Peggy zu fragen. Um 23 Uhr ging Jens B. dann schlafen. Auffällig an seinem Verhalten ist sein besonderes Engagement. Bereits in den ersten Tagen tischte er den Ermittlern vier mögliche Mörder auf. Seine erste Vermutung war Peggys Mutter Susanne. Er glaubte zwar nicht, dass sie ihre eigene Tochter umgebracht hat, doch er konnte sich durchaus vorstellen, dass das ganze Verschwinden eine große Inszenierung ist. Er sagt aus, dass sich Susanne Knobloch auffällig ruhig verhalten hätte und damit den Eindruck erweckte, als würde sie Peggys Aufenthaltsort kennen. Jens B. sprach zwar immer von einem auffälligen Verhalten Susannes, aber inwiefern sich ihr Verhalten als auffällig äußerte, erklärte er nicht. Naja, die wird ja voll aufgebracht sein. Also wenn ich mein Kind vermisse und nicht wirklich weiß, was mache ich jetzt? Ein paar Stunden sind dann ja doch... Okay, dann ist sie halt irgendwo noch mit Freunden irgendwo hingegangen oder dann ist ihr eingefallen, sie hat Fußballtraining und du hast es vergessen oder was weiß ich, die ist irgendwo... Ich war als Kind auch viel unterwegs und sowas. Aber dann bist du erst mal fett überfordert und du weißt nicht, was machst du und dann klingelst du beim Nachbarn. Jo, weißt du das? Weißt du da was? Und nicht. Ah, vier Verdächtige ist schon sehr... Ist ein guter Call, ist ein guter Call. Jo, wir haben ja Nummer eins, Nummer eins, Herr Inspektor, Ihre Mom, der Nachbar, der Milchmann und der Besenverkäufer, der rund um die Uhr Besen verkauft. Der ist ganz crazy. Trotzdem spann er eine Verschwörung, die nicht nur Susanne, sondern auch Ex-Freunde, Familie und Arbeitskollegen implizierte. Alle seien sie Komplizen. Als die Polizei fragte, warum die Mutter die Suche nach ihrer eigenen Tochter inszenieren sollte, sagte Jens B., dass sie ein neues Leben anfangen und ihren Partner verlassen wollte. Zu seinen Verdächtigen gehören ebenfalls der Stiefvater, ein Wirt aus der Gegend, Peggys leiblicher Vater, ein Arbeitskollege von Susanne Knoblauchs Ex-Freund und letztendlich die ansässige Motorradgruppe. Gerade, dass er nicht sich selber auch noch verdächtigt. All diese Verdächtigen und die besonders offene Kommunikation mit der Polizei stieß den Ermittlern auf. Was hat Jens B. zur Tatzeit gemacht? Was oder wer ist sein Alibi? Laut eigener Aussagen saß er am PC, während seine Frau schlief. Er hielt jahrelang an dieser Geschichte fest, doch einige Jahre später wertete die Suche... Hä, was? Ich dachte, war das der andere? Ne, der Jens B., der hat doch seine MPU gemacht und der ist mit der Anke B. Dann rübergefahren. Okay. Er hat am PC gearbeitet. Okay, was anderes. Soko seinen PC erneut aus und stellte fest, dass er zwischen 13.18 Uhr und 14.06 Uhr keine Taste gedrückt hat. Als Jens B. mit den ermittelt... Okay, okay, okay. Er sagt, yo, ich war am PC, aber es stimmt gar nicht. Oder zumindest in der Stunde nicht. ...informationen konfrontiert wird, widerspricht er sich. Mal sagt er, aus Musik gehört zu haben, ein anderes Mal bereitete er sich etwas zu essen zu. Ein mögliches Motiv könnte eine Tat aus Affekt gewesen sein. Bei einer Befragung sagte er einmal aus, dass Peggy durchaus anstrengend und nervig sein konnte. Und Jens B. befand sich zum Zeitpunkt des Verschwindens in einer angespannten Situation. Er verlor seinen Führerschein und glaubte, dass er auch in der MPU durchfiel. Das bedeutete für den Kurierfahrer, dass seine Existenz auf dem Spiel stand. Dementsprechend könnte man mutmaßen, dass er zu dieser Zeit leicht reizbar gewesen wäre. Doch reicht das wirklich aus? Schlussendlich war der neue Verdächtige selbst so verwirrt, dass er nicht einmal mehr ausgeschlossen hat, Peggy vielleicht doch umgebracht zu haben. Was? Was? Warte, was? Was? Ich hab vorhin einen Joke gemacht, der hat sich selber verdächtigt? Er gestand nicht, bot aber an, sich hypnotisieren zu lassen. Jens, ist alles okay bei dir, Bro? Jens, wie stelle ich mir das vor? Jens steppt in die Polizeistation. Sagt, ey, ich möchte gerne bei diesem potenziellen Mordfall helfen. Ich weiß es natürlich nicht. Nein, ich weiß es nicht. Sagt, ey, das und das ist da passiert. Da und da ist das und das. Ist die Mom vorbeikommen und dies und das. By the way, die Mom ist schon sehr sass. Übrigens auch der Milchmann, sehr, sehr sass. Und vergessen Sie nicht, den Besenverkäufer. Weil wer verkauft rund um die Uhr im Besen? Das ist schon relativ auffällig. Übrigens, wissen Sie, wer auch relativ auffällig ist? Ich. Ich hab keine Ahnung, ob ich Peggy abordet hab oder nicht. Was? Wie kann ich mir das vorstellen? Gespaltene Persönlichkeit vorstellen, wenn er irgendwie Blackouts hat und nicht weiß, was er da gemacht hat? Ja, safe. Safe. Aber kannst du das dann durch Hypnose irgendwie raufbeschwören? Kannst du das so tief in dein Unterbewusstsein eindringen? Und ich selber, ich hätte da Angst, dass ich mir dann einbilden würde, während ich hypnotisiert bin, weil ich kann mir ja vorstellen, dass ich das potenziell gemacht hab, dass ich dann gestehe, eine Sache, die ich gar nicht gemacht hab. Und dann, ey, vielleicht ist der derjenige, der dann verurteilt wurde. Oder? Dann haben sie ihn hypnotisiert, er hat gestanden, aber die glauben ihm gar nicht. Wie wär's damit? Da Geständnisse unter Hypnose in deutschen Gerichten keine Zulässigkeit haben, ließ die Soko Jens B. als Verdächtigen erst einmal wieder fallen. Doch auch noch Jahre nach dem Verschwinden lässt das Thema Peggy ihn nicht los und sogar seine Ehe zerbrach an diesem Fall. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass Jens B. damals unangemessene Aussagen traf. Zum einen sagte er, dass, Zitat, Peggy ja schon eine Hübsche war, mit den großen Kulleraugen und wenn ihr dann noch die richtigen Proportionen wachsen. Die Beamten fragten sich, Ey, ich sag dir ganz ehrlich, äh, mit den Kulleraugen, so, bis dahin, bis zu diesem Und, sag ich, okay, das ist eine weile Aussage, aber das sagen halt auch ältere Menschen manchmal. Na, du bist ja ein süßes kleines Kind und sowas. Aber wenn ihr dann noch die richtigen Proportionen wachsen, Bro, also bei einem neunjährigen Kind sehe ich kein Potential Big Booty oder so, Jens. Ich will, Jens, Jens, ich will nichts sagen, aber ich finde dich fucking sass. Ich finde dich ziemlich sass und sehr weird an der Stelle. Seine damalige Frau Anke B. nach diesem Kommentar und sie schien alles andere als überrascht. Die Aussage wurde von ihr bloß relativiert. Ob das vielleicht nicht das erste Mal war, dass sie solche Dinge von ihrem Mann hörte? Wenn man das im Kontext mit den nächsten Hauptverdächtigen setzt und über mögliche Verbindungen nachdenkt, meint man fast schon ein Muster erkennen zu können. Bro. Holger, Holger, wurscht was du machst, du wirst mich nicht mehr überzeugen. Jens, oder? Der nächste Verdächtige. Nicht, dass es Jens war, aber Jens hat sich alle Mühe gegeben, sich selber zu verdächtigen. Steht nämlich in engen Kontakt zu Jens B. Es ist sein Adoptivbruder Holger E. aus Halle. Okay. Zum Zeitpunkt von Peggys Verschwinden ist Holger 17 Jahre alt. In den Fokus der Ermittlungen gerät der 17-Jährige relativ zeitnah, als am 11. Mai 2001 ein handgeschriebener Zettel mit Holgers Namen, Adresse und Nummer in Peggys Heft gefunden wird. Okay, das ist, okay. Jens. Ich stehe gerade 50-50. Holger E. Telefonnummer auch? In der Zettel mit Holgers Namen, Adresse und Nummer in Peggys Heft gefunden. Und Nummer. Das ist halt die Frage. Er würde das safe sagen, wenn man bei dem Telefon, das er auch noch rausfinden konnte, welche Nummer da immer angerufen hat. Weil wenn das die Nummer ist, auch wenn es nicht die Nummer ist, auch wenn es nicht die Nummer ist, das ist schon sehr weird. Anfangs war man sich unsicher, ob es nicht Peggys Handschrift ist. Doch nach kurzer Ermittlung stellt sich heraus, dass sie Holger E. zuzuordnen ist. Okay. Die Sonderkommission ging diesem Hinweis nach und befragte den Jugendlichen auf dem Hofanwesen seiner Großeltern in Halle. Den Ermittlern sticht direkt eine Kette mit einem Anhänger um Holgers Hals ins Auge. Was an der Kette besonders war, es war ein Amulett mit einem Foto von Peggy. Okay. Was passiert in diesem Town? Was passiert in diesem Town, Alter? Der eine Typ, der will sich hypnotisieren lassen, der andere wohnt auf einem Friedhof und kriegt drei Jahre für zwei Missbrauchsfälle. Der nächste, der trägt ein Amulett von einem neunjährigen Kind. Digga, was führt's denn hier auf? Wo, 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 wo? Was ist in Halle los? Ist da irgendjemand von euch aus Halle? Wenn ja, dann sagt es besser nicht. Gebt es besser nicht preis. Warum trägt ein vermeintlich fremder 17-Jähriger ein Bild einer Neunjährigen um den Hals? Aber es wird noch merkwürdiger. Als die Polizei Holgers Zimmer durchsucht, findet sie Dutzende Fotos, Bilder und Erinnerungen von und an Peggy. Es waren so viele, dass es einer Obsession gleich kam. Und diese warf natürlich viele Fragen bei den Beamten auf. Holger wird zu einer Befragung eingeladen und sagt, dass er ein äußerst inniges, jedoch geschwisterliches Verhältnis zu Peggy hatte. Ja, das glaub ich auch, Bro. Das glaub ich auch, Bro. Ey, das kann ja passieren, das kann ja passieren, dass du dich einfach random mit einem neunjährigen Kind anfreundest. Kommt immer wieder vor. Kommt immer wieder vor. Ich hab tatsächlich selber, also ich hab jetzt unter dem T-Shirt, das sieht man nicht, aber ich hab da unter dem T-Shirt auch fünf Amuletten von irgendwelchen fremden Kindern tatsächlich. Und das ist überhaupt nicht auffällig. Das ist überhaupt nicht auffällig und das sind für mich alles meine Bros und meine Sisters und sowas. Das ist ganz normal, ganz, ganz normal. Er sei auch der Grund, fast schon weird, wenn man das nicht hat, warum sie so gern bei den Nachbarn gewesen ist. Peggy sei für ihn wie eine kleine Schwester und sie hätte auch am liebsten bei ihm in Halle gewohnt. Sie habe ihm erzählt, wie sehr sie ihren Stiefvater hasst und dass sie von ihm geschlagen wurde. Daraufhin bot Holger E. seine Hilfe an. Wann auch immer Peggy Probleme mit ihrem Stiefvater haben sollte, könne sie bei ihm Unterschlupf suchen. Holger sagt aus, dass er das letzte Mal im Sommer 2000 in Lichtenberg gewesen sei und da auch ein paar Mal mit Peggy alleine unterwegs war. Doch die Oma des Verdächtigen korrigiert ihren Enkel. Laut ihrer Aussage war Holger E. noch im Januar 2001 in Lichtenberg. Die Beamten zeigten ihm den gefundenen Zettel und sofort bestätigt er ihre Annahme, dass es seine Handschrift ist. Holger sagt, er wollte ihr seine Adresse hinterlassen, falls sie wieder einmal Probleme mit ihrem Stiefvater hat, dass sie ihn so finden kann, falls sie reden oder schreiben möchte. Er sagte aus, dass er am Tag des Verschwindens vormittags in der Berufsschule und nachmittags im Clubhaus einer selbstgezimmerten Holzhütte in Halle gewesen sei. Dem Alibi ging die Beamten nach und stellten fest, dass Holger E. am 7. Mai 2001 nicht da war und im Klassenbuch als fehlend eingetragen stand. Außerdem fehlte er die Woche davor und an den zwei Tagen nach Peggys Verschwinden. Nach dem widerlegten Alibi für den Vormittag befragte die Polizei auch Holger E.'s Freunde. Ich war kurz, kurz war ich so, okay, maybe, maybe, wenn dann, gut, das ist mit der Kette weird, mit der Kette weird, aber wenn ein neunjähriges Kind zu dir kommt und dir auch davon erzählt, dass halt, keine Ahnung, sie geschlagen wird oder sonst was, dann ist halt, okay, hier, komm, da hast du meine Adresse und falls irgendwas ist, kannst du zu mir kommen, weil du weißt ja auch nicht, okay, weißt vielleicht die Mom davon, wissen vielleicht die Freunde davon und sowas und es weiß ja nur das Kind quasi, wo es sicher ist, ne, denke ich jetzt mal. Aber, also gerade, gerade das, yo, der hat davor gefehlt, okay, der hat davor gefehlt, das ist nicht so auffällig, maybe, außer der hat irgendwie, ich weiß es nicht und dann halt an dem Tag, vor allem, dass er sagt, er war in der Berufsschule und da war er aber nicht dort. Das ist das Ding, das ist das Ding, haben sie den nochmal konfrontiert damit? Ne, nur Kollegen. Diese bestätigten die Vermutung, dass er auch diesbezüglich gelogen hat. Ja. Am 8. Mai soll der 17-Jährige aber dort gewesen sein und zwar wutentbrannt. Er soll außer sich gewesen sein, weil Peggy verschwunden ist und wollte direkt zu ihrem Stiefvater fahren, um ihn, Zitat, zusammenzuschlagen, falls er etwas damit zu tun haben sollte. Er hat außerdem gefragt, ob einer von seinen Freunden mitkommen würde. Am 8. Mai, am 8. Mai wurde sie entführt, oder? Am 8. wurde sie entführt? Ne, ne, die wird am 7. Am 7. wird das gewesen sein, weil dann wird er das am 8. erfahren haben. Genau, genau, genau. Weil er war ja am Vormittag in der Berufsschule und am Vormittag war sie ja noch nicht verschwunden. Genau, da war das am 7. und am 8. hat er das erfahren und wollte dann wutentbrannt los. Frank H. erklärte sich bereit. Doch wie sollte Holger Jo, lass mal den Typen zusammenschlagen. Ja, passt. Holger E. ohne Führerschein und Auto nach Lichtenberg kommen. Anscheinend fuhr er öfter ohne Führerschein mit dem Opel seines Bruders. Somit ist Holger E.'s Alibi hinfällig. Zusätzlich berichteten die Jugendlichen, dass er ständig von Peggy erzählt haben soll. Sie sei seine, Zitat, Süßeste und Liebste. Aber die Jungs beschrieben das Verhältnis genau wie Holger selbst als geschwisterlich. Es sei trotzdem bekannt, dass Holger gerne mit den vierjährigen Geschwistern seiner Ex-Freundin gespielt hat. Außerdem hatte er eine Affäre mit einer Elfjährigen, die dann ... Bruder, das kannst du mir nicht verschweigen bis jetzt. Das kannst du mir nicht verschweigen. Ich bin ganz so, okay, die hier und da und überall und naja, okay, und vielleicht ... Ja, übrigens, Affäre mit deiner Elfjährigen. Holger! Holger! Du, sei mal nicht böse, Holger! Ich hab mir wirklich Mühe gegeben, ich hab mir wirklich Mühe gegeben, dich nicht zu verdächtigen, Holger! Was ist mit dem Jens B.? Ich hab ganz vergessen, was mit dem war, oder? Ja, fix, genau, der Hypnose-Mann und sowas. Der ist jetzt auf einmal, der kommt mir jetzt auf einmal vor wie der reinste Engel, oder? Der Jens B. ist auf einmal der reinste Engel. Kommt danach noch mehr? Erhan! Der Erhan, oder? Was wird der noch aufführen? Was wird der noch aufführen? Holger, übrigens, by the way, Affäre mit deiner Elfjährigen. Nur so nebenbei, gell, nur zur Info. Dann, Ende April 2001 mit dem 17-Jährigen Schluss gemacht hat. Puh, ich meine, du wirst von einer Elfjährigen geditscht. Junge, das ist doch fett strafbar, das kannst du nicht machen. Das geht ja nicht. Wurde der nicht bestraft oder irgendwas? All diese Informationen zeigen, dass es Ja, eben, das ist keine Affäre, das ist Missbrauch. sich gerne mit jüngeren Mädchen umgab. Holger E. wird ebenfalls nachgesagt, oft betrunken gewesen zu sein und sich von anderen abzusondern. Ja, Holger. Die Sonderkommission stellte eine selbstgebrannte CD in Holgers Zimmer sicher. Und es stellt Okay, was ist da drauf? Was ist da drauf? Erzählte sich heraus, dass er die Togo Hits Sag einfach, dass sie die Togo Hits 2001 gehört hat, oder? Hier Spongebob, 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 auf ihr zahlreiche pornografische Inhalte von Kindern und Porträts von Peggy zu sehen waren. Nach den ganzen Aussagen und dem Material auf der CD bestellt ihn die Polizei ein und stellt den Jugendlichen erneut zur Rede. Bezüglich seines Alibis sagte er aus, dass er vor seiner Oma nicht zugeben wollte, nicht in der Schule gewesen zu sein. Er behauptete, dass er lediglich mit Peggy gesprochen habe, wenn er seine Verwandten in Lichtenberg anrief und sie zufällig vor Ort war. Dann nahm sie schon mal den Hörer an sich. Er gibt zu, dass es sein kann, dass er vielleicht nach Lichtenberg fahren wollte, doch nicht mit dem Opel. Das Amulett mit Peggy's Foto trägt er laut eigener Aussagen erst seit ihrem Verschwinden. Doch es kam her... Okay, dieser Typ, dieser Typ hatte eine enge Beziehung zu Peggy Knobloch. Er hatte Kinder... Kinder P auf einer selbstgebrannten CD. Das ist ja der Ultimative. Der Ultimative. Sie hatte seine Adresse, Telefonnummer, er war oft betrunken und so. Ich habe den größten Catch vergessen. Genau, der hat ein Amulett von ihr. Genau, der hatte Affäre mit einer Elfjährigen. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Also ich sage da ganz ehrlich, ich bin kein Kinderexperte, aber ich würde sagen, ich könnte in vielen Cases nicht den Unterschied zwischen einer Neunjährigen und einer Elfjährigen feststellen oder sowas. Also so, keine Ahnung, die wird halt ein bisschen größer sein oder sowas, aber es gibt ja auch kleine Kinder, die dann, also, weißt du, ich glaube, viele Neunjährige könnten Elfjährige auch schlagen, aber eher so, sagen wir mal, so 25, 30 Prozent. Also so vom Körperlichen bist du da ungefähr so im gleichen Bereich. Deswegen, Bruder, Holger steht obviously auf Kinder. Oder zu, oder wir gehen davon aus, dass er das nicht aus Spaß gemacht hat und hat dann eine Erfjährige mit einer Elfjährigen, die de facto ungefähr im gleichen Alter war wie die Neunjährige Peggy. Bruder, es kann halt wirklich nicht, also da, also ich weiß nicht, da Erhan, da muss ich wirklich Mühe geben, da muss wirklich hingehen und sagen, ja, ich habe wahrscheinlich die Peggy ermordet, aber ich gebe kein Geständnis ab. Erst dann ist er für mich mehr sass als der Holger. Heraus, dass er öfter in Lichtenberg gewesen ist, als er anfänglich zugegeben hat. Mit abgemeldetem Auto und geklautem Kennzeichen fuhr er durch den Ort und war nachweislich an Ostern mit Peggy zusammen. Das belegt ein Foto, welches von Verwandten aufgenommen wurde. Doch der Ermittlungsstrang endet hier. Ist er nicht, ist er, also das ist wahrscheinlich dann nicht relevant für die, für die Ermittlungen, aber kann man dann nicht irgendwie sagen, jo Holger, übrigens, Jugendknast wird's halt trotzdem. In 2002 entwickelte sich der Fall in eine andere Richtung und Holger wird als Verdächtiger fallen gelassen. Boah, okay, okay. Erwähnenswert ist noch, dass sich später herausgestattet hat, dass Holger E., die kleine Tochter von Jens B., sexuell missbraucht hat. Ist erwähnenswert, oder? Das kann man schon mal erwähnen. Das kann man schon mal erwähnen. By the way, hat er auch dieser Elfjährige missbraucht. Na, also er hatte keine Affäre. Man kann nicht eine Affäre mit einem elfjährigen Kind haben. Na, nur, nur so nebenbei. Ah, und übrigens, was wir auch nicht erzählt haben, der hat auch vier Kinderleichen im Garten. Nur so nebenbei. Ja, okay, dann ist es so, dann ist es so. Digga, Digga, Holger E., Holger E., wenn du da draußen bist. Und ebenso seine eigene zweijährige Tochter, die er einige Jahre nach der ersten Befragung bekommen hat. Dafür muss er für mehrere Jahre ins Gefängnis. Mehrere Jahre. Ich sag einstellig. Ich sag einstellig. Ja, Das sind doch nur Kinder, oder? Aber, aber siehst, siehst, es schockt mich gar nicht mehr. Ah ja, Ding, na, nebenbei. Zum Kreis der Hauptverdächtigen gehört auch Peggy Stiefkopf. Okay, aber er wurde, er wurde fallen gelassen als Verdächtiger. Das heißt, was auch immer Erhan jetzt gemacht hat, das muss crazy gewesen sein. Oder gibt's da noch einen? Ulvi, Ulvi, okay, okay. Vater. Stimmen wurden laut, dass er die Neunjährige entführt und in die Türkei verschleppt haben soll. Ein Motiv könnte der Verletzte stolz sein. Erhan Yu fand heraus, dass die vermeintliche gemeinsame Tochter gar nicht sein leibliches Kind ist. Also wir sprechen hier über die Schwester von Peggy Knobloch. Er hatte den Verdacht, dass Susanne Knobloch ihn betrog und fand sie sogar einmal mit einem fremden Mann in der Wohnung. Daraufhin führte er, ohne das Wissen seiner Lebensgefährtin, einen Vaterschaftstest durch, der sich als negativ herausstellte. Das führte natürlich zu einem großen Streit und die Stimmung war gereizt. Dem Pärchen wurde auch schon vorher nachgesagt, dass es immer mal wieder größere Streitigkeiten gegeben und Susanne Knobloch ihn schon einige Male rausgeschmissen hat. Freunde der Familie berichteten, dass Erhan Yu's Verhältnis zu Peggy auch nicht das Beste war und es sogar mal eine Ohrfeige gegeben haben soll. Doch der Verdacht erhärtete sich erst, als am 25. Mai 2001 von der E-Mail-Adresse ichweißbescheid at yahoo.de folgendes an die Kripo in Hof geschickt wurde. An die Kripo? Das ist seine oder das ist irgendeine? Ich muss Ihnen sagen, dass Peggy sich Oh mein Gott, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Okay, okay, okay. Das ist ein anonymer Typ oder Typin, die weiß, was mit ihr passiert ist. Gehe ich mal davon aus. Sie ist in der Türkei. Ihr Vater weiß davon Bescheid, dass das Kind über Russland in die Türkei eingereist ist. Ich würde Ihnen ehrlich persönlich helfen, doch das würde einen neuen Familienkrieg auslösen. Der Account wurde daraufhin direkt wieder gelöscht. Doch die IP-Adresse konnte einem Internetcafé in Merzir in einer Stadt im Süden der Türkei zugeordnet werden. Zum Zeitpunkt des Logins und Abschickens befanden sich vier Gäste im Internetcafé. Boah. Imagine, du bist so richtig auf Anonymous unterwegs und dann bist du einfach einer von vier Personen in der Türkei. Wahrscheinlich sprechen drei davon türkisch und haben nichts mit Deutschland zu tun und der eine ist zufällig verwandt. Die türkische Polizei vernahm alle vier, doch niemand hatte etwas mit der E-Mail zu tun. Einer von ihnen hatte zwar denselben Nachnamen wie Peggys Stiefvater, dies schien aber nur ein Zufall gewesen zu sein. Okay. Ein weiterer Hinweis kam durch einen vertraulichen Ermittler aus Prag. Das war's? IP-Adresse wird diesem Internetcafé zugeordnet. Zu dem Zeitpunkt waren vier Leute da drinnen und alle vier waren einfach Ding. Da war ich. Da bin ich gestanden, da habe ich mit meiner Freundin ein Foto gemacht. Prag ist eine sehr schöne Stadt. Dieser hat schon öfter mit der Polizei zusammengearbeitet und behauptete, Informationen zum Aufenthaltsort von Peggy zu haben. Der Verbindungsmann war selbst Bulgare und reiste oft zwischen den verschiedenen Ländern hin und her. Laut seiner Aussage soll sich Peggy in der Ortschaft El-Mabagi bei Kaiseri befunden haben. Dort soll es eine christliche Kirche geben, an der sich ein Verschlag befindet. Da soll Erhan Üs Familie Peggy festgehalten haben. Der führende Soko-Ermittler damals plante, die Familie des Stiefvaters in Hof und den vermeintlichen Aufenthaltsort in der Türkei gleichzeitig zu untersuchen. Doch beide Suchen blieben ohne Erfolg. Danach verlief sich der Verdacht vom Stiefvater erst einmal, bis er am 1. Januar 2002 eine SMS an Susanne Knoblauch schrieb. Daraufhin rief sie die Polizei an, da es sich für sie wie eine Drohung anhörte. In der SMS stand folgendes Ich werde handeln, wenn das zum Laufen kommt, gibt es kein Zurück mehr. Mit 50.000 D-Mark kann man viel machen auf dieser Scheißwelt. 50.000 D-Mark waren die Belohnung für einen prägenden Hinweis oder sowas. Ich werde handeln, wenn das zum Laufen kommt. Es gibt kein Zurück mehr. Mit 50.000 D-Mark kann man viel machen auf dieser Scheißwelt. Das könnte jetzt entweder heißen, ich werde handeln, 25.000 Euro, auf heute gerechnet sind das wahrscheinlich dann eh auch 50.000 Euro oder so. Keine Ahnung. Könnte entweder heißen, ich werde handeln, ich werde den Hinweis geben und ich werde den Fall auflösen, aber dann wird halt irgendjemand vielleicht aus der Familie quasi in den Knast kommen oder ich werde handeln, wenn das zum Laufen kommt, quasi wenn irgendjemand snitchen will, dann werde ich handeln und werde keine Ahnung, Peggy entführen in die Türkei oder werde sonst was machen oder so. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist mit dieser Nachricht wirklich aus? 25.000 Euro und die sind heute weniger wert. habe blieb und bleibt ungeklärt. Auffällig war bloß, dass der genannte Betrag mit der Belohnung, die überall ausgeschrieben war, übereinstimmte. Ja. Zwei Wochen später gab Susanne Knoblauch der Polizei zwei T-Shirts, auf denen Urinspuren des Stiefvaters sein sollen und betonte, dass er Peggy missbraucht habe. Daraufhin wurden die T-Shirts ins Labor geschickt. Aus einem ersten Anruf, in dem Urinspuren des Stiefvaters bestätigt wurden, stand im späteren schriftlichen Bericht bloß noch, dass Hautzellen nachgewiesen wurden. Letztendlich erfuhr man von einem Ermittler, dass es sich doch nur um Urin von Meerschweinchen gehandelt hat. Das liegt nahe, denn Peggy hatte welche. Wieder ein paar Wochen später rief Susanne erneut die Polizei an und berichtete, dass Erhan Uy vor ihrer Tür stehe und sie sich nicht mehr trauen würde, nach Hause zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Peggy's Mutter Lichtenberg bereits verlassen und wollte sich in Heinersberg ein neues Zuhause aufbauen. Die Polizei gab auf der Stelle eine Alarmeldung raus und ging davon aus, dass der Stiefvater bewaffnet sein könnte. Als die Streife am Haus von Susanne ankamen, fehlte jedoch jede Spur von Erhan Uy. Im Februar 2002 gab es erneute Hinweise auf einen Aufenthalt von Peggy in der Türkei und deshalb trafen sich der alte und neue Soko-Chef mit weiteren Ermittlern und dem Oberrat vom Dezernat für organisierte Kriminalität in Bayreuth. Die tschechische Polizei war ebenso involviert, genauso wie der Verbindungsmann, der auch schon vorher Hinweise auf Peggy's Aufenthaltsort nachgegangen ist. Vermutungen bestärkten sich, dass das vermisste Kind in die Sklaverei verkauft werden sollte. Daraufhin wollte der aktuelle Soko-Chef Geyer mit dem Verbindungsmann reden, doch auf tschechischer Seite bestand dafür erst einmal kein Interesse. Sie wollten zunächst Fotos von Peggy aus der Türkei besorgen. Ohne die Unterstützung der tschechischen Beamten wollte Geyer geheim in die Türkei reisen und sich mit Hilfe von Kontakten einen Eindruck der Lage vor Ort verschaffen. Ein Kontakt bei der Kriminalpolizei in Würzburg hatte einen Kontakt zu einem Lehrer, der früher an einer Schule in Deribagi gearbeitet hatte. Den Lehrer hatte er damals schon nach einem deutschen Mädchen befragt und hatte erfahren, dass Gerüchte vor Ort die Runde machten, dass dort wirklich ein deutsches Mädchen festgehalten werden soll. Ja, aber das könnte dann auch davon kommen, dass damals ja diese Gerüchte auch in Deutschland aufgekommen sind und das werden vielleicht auch Leute in der Türkei mitbekommen haben und das wird sie dann herumgesprochen haben. Und dann hast du wieder eine Person, die sagt, yo, da gibt es ein Mädchen und das soll angeblich hier festgehalten werden. Dann sagt der Nächste, yo, da gibt es ein Mädchen und das könnte hier festgehalten werden. Und dann sagt der Dritte, yo, da gibt es ein Mädchen und das wird hier festgehalten. Ich komme aus der Nähe, der Fall ist bis heute immer noch ein großes Thema. Außer in Deutschland oder in der Türkei? Wahrscheinlich eher in Deutschland. Geld wird weniger wert sein und hat doppelt so teuer und sowas. Ja, ist ja scheißegal, wie viel das wert ist. Also alles ab 20k, damit kannst du halt ein ganzes Leben verändern oder auch weniger. Kommt immer drauf an, was für Verhältnisse du bist. Nur, ich schätze mal, Hof und Umgebung, okay? Ich schätze mal, egal wie viel Geld das damals war, inflationsbereinigt, du hast es auf die Cent runtergerechnet, 40.000 Euro. Gut, ich glaub dir einfach mal, ist ja wurscht, ist ja wurscht. 40.000 Euro. Ich weiß nicht genau, was ich von dem Erhan halten soll. Ich find's weird, wie er handelt und ich find's weird, dass mit der SMS, weil das mit dem 50.000 Euro, ich werde handeln. Das bedeutet für mich einfach, oder es sagt mir, oder es klingt so, als würde er irgendwas von dem Fall wissen. Egal, ob er involviert ist, egal, ob er was gehört hat, egal, ob er der Täter ist oder sonst was, irgendwas weiß er oder irgendwas könnte er wissen, was 50.000 Euro wert ist, was quasi diesen Fall lösen könnte. Den hat dieses deutsche Mädchen aber niemand. Der Lehrer berichtet weiter, dass man bloß im Sommer in Elmar Bagi leben würde, da es im Winter zu gefährlich sei. Es sollen sich dort außerdem Wachen befinden und Fremden wird abgeraten, dorthin zu fahren und unangenehme Fragen zu stellen. Kontakte sollen ihm unabhängig voneinander versichert haben, dass sich Peggy dort aufhalten soll. Sie soll in unregelmäßigen Abständen nachts in einem PKW immer mal wieder nach Postani gebracht werden, dem Geburtsort von Peggys Stiefvater. Seine Familie soll dort noch immer ansässig sein. Gaias Kontakt teilte ihm mit, dass der Lehrer mit der Soko zusammenarbeiten würde und der Chef vorbeikommen und den Kontakt herstellen könnte. Gaias reiste daraufhin mit einer Begleitung in die Türkei und ließ sich vorher einen Kinderausweis für Peggy ausstellen für den Fall, dass sich die Gerüchte bestätigen und er sie dort findet. In der Türkei angekommen, musste Gaias leider feststellen, dass es keinerlei Neuigkeiten gab. Die türkischen Behörden wiederholten das, was sie schon vorher schriftlich mitgeteilt hatten. Es gibt und gab auch niemals eine Kirche in Elmar Bargi. Dort waren auch keine wohlhabenden Großfamilien ansässig, genauso wenig wie Verstecke, die bewacht werden oder ähnliches. Es lebte dort zwar ein Mann, der denselben Nachnamen hatte wie Peggys Vater, dieser Name ist jedoch sehr verbreitet. Zwar existiert der Lehrer Crazy, da fährst du hin und expectest, dass du irgendwie mit der Mafia oder sowas zu tun hast. Mit irgendwelchen Großfamilien oder No, I want. Hallo, ich suche ein Kind, kann ich da kurz mal reinstecken? Von dem sein Kontakt gesprochen hat. Aber er soll noch nie von Peggy gehört und mit Schülern über ein deutsches Mädchen gesprochen haben. Daraufhin machten die Ermittler sich auf die Suche nach dem Verbindungsmann der Kripo Würzburg. Nachdem sie ihn gefunden haben, gab er irgendwann zu, sich die ganze Geschichte ausgedacht zu haben. Damit zerschlugen sich auch die letzten Hinweise auf Peggys möglichen Aufenthalt in der Türkei. Bruder, was ist eigentlich mit den ganzen Leuten mit ich hab mir Sachen erfunden. Ich hab Sachen erfunden. Ey, ich weiß nicht, wie das zustande kommt und ich weiß nicht, wozu, aber halt, Bruder, da steckt auch viel Geld dahinter. Das sind Leute, die wollen einfach nur ein Kind finden und denken sich, ey, das ist eine gute Spur und die ist wichtig und richtig und da geben wir nach und da sprechen wir mit 100.000 Leuten und sowas und dann irgendwann ist es so, ja, by the way, hab ich mir einfach ausgedacht. Weil er hört sich Ork an oder sowas. Wie kannst du damit leben, Alter? Wie kannst du damit leben? Yo, einem Kind ist wirklich was passiert? Ey, ich weiß, was ich machen könnte. Ich könnte irgendeine Random Story erfinden und die Beamten dann auf eine komplett falsche Fährte leiten. Menschen ohne Gewissen ist das aber egal. Vielleicht kommt eine Kleinigkeit wegen Angst, Stress dazu. Die Leute sind alle bekloppt. Ey, vielleicht wurde der hypnotisiert und hat sich dann gedacht, ey, ja, das ist so passiert oder so. Ach, keine Ahnung. Die Leute, die sich wichtig tun wollen, ja, for real, for real, Bruder. Was glaubst du, wie oft das dann auch passiert bei der Polizei? Dass halt irgendwas ermittelt wird und dann kommt irgendjemand her, erzählt dir was und du bist voll investiert in die ganze Sache und findest 100.000 Sachen heraus und dann ist so, ja, das hab ich mir nur ausgedacht und dann ist alles, was du gemacht hast, komplett umsonst. Zeitgleich machten Susanne Knoblauch und Erhan Ü bloß 200 Kilometer entfernt vom Einsatzort der Soka einen Urlaub am Mittelmeer. Dieser sollte ihr letzter werden, bevor sie sich endgültig trennten. Bewusst falsche Werte, das ist auch ein guter Call. Weiß ich nicht. Okay, Ulvi Kulak. Nun kommen wir zu der Person, die im Verschwinden von Peggy Knoblauch mit Abstand das größte Interesse der Sonderkommission erhielt. Okay. Die Rede ist von Ulvi Kulak. Der damals 24-Jährige erlitt als Kleinkind eine schlimme Hörnautentzündung, die seine geistige Entwicklung massiv beeinträchtigte. Okay, aber hat er auch ein Amulett von Peggy? Evaluationen nach wird sein Entwicklungsstand auf das eines 8- bis 10-Jährigen geschätzt. Er lebte zum damaligen Zeitpunkt in Lichtenberg mit seinen Eltern. Ulvi war genau wie Peggy in ganz Lichtenberg bekannt und ebenso seine Neigung, sich vor Kindern zu entblößen. Er galt zwar als harmlos, doch als seine Mutter erfuhr, dass er im Sommer 2000 einen Jungen missbraucht haben soll, entschied sie sich dazu, ihn anzuzeigen. Das soll im Einverständnis mit ihrem eigenen Sohn Ulvi passiert sein. Das war natürlich alles vor Peggys Verschwinden. Die Ermittler wurden erst durch Susanne Knoblauch auf Ulvi aufmerksam, der daraufhin am 8. Mai 2001 befragt wurde. Laut eigener Aussage ist er von 12.03 Also es ist crazy, wie viele Leute erstens Pedos sind, also halt auch da in dem Umfeld und so. Gut, er, ja, was heißt, gut, ich will das nicht schönreden oder sonst was, nur er ist halt auf dem geistigen Stand von einem Achtjährigen, hat er gesagt, das ist dann nochmal, also es macht es nicht besser oder sonst was, nur der weiß anscheinend auch nicht genau, was er da macht oder was es für Konsequenzen hat oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, kann dieser Mensch, der auf dem geistigen Stand eines Achtjährigen Kindes ist, ein Kind nicht nur entführen, sondern auch, ich sag jetzt mal, wobei, verschwinden lassen, der Titel sagt, wer hat die neunjährige Peggy Knoblauch ermordet? Da wird man sie gefunden haben, ich denke mir, ob er dazu in der Lage wäre, einen Mord oder ein Verschwinden gut zu verschleiern. Ich hab erst heute nämlich ein Video gesehen, so die Background-Story vom Joker, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber so nicht die Background-Story, sondern halt so Behind-the-Scenes, wie sie den Film gedreht haben, Joker 2019, glaube ich, war das. Und da haben sie quasi so erzählt, yo, es gab eine Szene, wo der Joker ja diese drei Typen in der Bahn erschießt, so. Und dann läuft er weg und versucht oder möchte die Tatwaffe verstecken. Und sie haben darüber nachgedacht, ey, also quasi so, würde er überhaupt die Fingerabdrücke und sowas halt versuchen wegzuwischen? Würde er versuchen, die Waffe irgendwie abzuwaschen? Tefalino, der unterstrich 606 und 60 spendet 5 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, dankeschön, ganz kurz nur, würde er versuchen, die Fingerabdrücke wegzuwischen und sowas? Oder ist er einfach geistig, oder was heißt geistig, ist er einfach so verwirrt, dass er gar nicht erst dran denken würde, sondern für ihn ist es einfach wichtig, jo, er wirft die Waffe weg und dann ist sie weg. So, das erinnert mich gerade ein bisschen dran. Dankeschön für die 5 Euro. Kaiser plus Insulita, bestes Entertainment für den Abend. Kannst du als die Lipizzaner grüßen, die Lipizzaner, Shoutout. Ich hoffe, das ist nichts Böses, was ich gesagt habe. Falls schon, dann Böse. Mach das nicht mit mir. Lipizzaner, Dankeschön, dass du befreundet bist mit, genau, Dankeschön. 12.45 Uhr in der Gaststätte seiner Eltern gewesen, der Schlossklausel und hat sich etwas zu essen abgeholt. Anschließend brachte er das Essen zu Wilmer K. und hat es ihr vor das Haus gestellt. Dies konnte die Frau auch bestätigen, da sie den Wirtssohn auf dem Weg getroffen habe. Das ist eine Pferderasse, okay. Danach machte er sich auf den Weg zum Nachbarn und half ihm beim Holzschichten. Daraufhin machte er sich wieder auf den Weg zur Gaststätte und wartete dort auf seine Eltern, um dann gemeinsam zu seiner Schwester zu fahren und Kaffee zu trinken. Gegen 17.10 Uhr war er wieder zu Hause. Achso, das war der Sohn von dem Wirt. Am Abend trammte er nach Miler zur Gaststätte zur Bank und trammte am Abend wieder zurück nach Lichtenberg. In Lichtenberg angekommen, trank er noch etwas in der Gaststätte Zwick, bevor er gegen 22.15 Uhr zu Hause ankam. Peggy kannte er und sie wollte laut eigener Aussage öfter zu ihm und mit seinen Computern zu spielen. Ulvis Mutter verbot ihr das jedoch, da sie nicht wollte, dass ihr Sohn so engen Kontakt zu Kindern pflegte. Da sie von seinen Interessen Bescheid wusste und präventiv handeln wollte. Das ist gut, ja. Ulvis sagt aber, dass er Peggy am Tag ihres Verschwindens nicht gesehen hat. Kurz nach dem Verschwinden von Peggy sah ein Spaziergänger wie Ulvis vor einem Jungen seine Hose auszog. Das hatte ein Haftbefehl mit anschließendem Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie zufolge. Okay, gut. Für den Zeitpunkt von Peggy's Verschwinden hatte Ulvis jedoch ein Alibi, das ihm seine Mutter verschaffte. Die Ermittlungen gegen ihn nahmen erst im Oktober 2002 erneut Fahrt auf. Zwar fand man auf der konfiszierten Kleidung von Ulvis keine Spuren, die ihn belastet hätten, trotzdem wurde er festgenommen und befragt. Er wurde mehrmals am Tag stundenlang befragt und diese Befragungen führten letztendlich zu einem Geständnis. Ulvis gestand, dass er Peggy am 3. Mai 2001 in seiner Wohnung missbraucht habe und sie am Tag des Verschwindens aufsuchte, um sich zu entschuldigen. Peggy drohte damit, ihn zu verraten und rannte weg. Daraufhin soll er ihr gefolgt sein und sie eingeholt haben. Ok, 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 ok. Ok. Ich weiß nicht, was für ein Abstand die Sachen vom Anfang waren. Sie wollte ja damals nicht mehr nach Hause, sie hatte Angst oder sie, 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 die ganzen Auffälligkeiten und sowas. Das war nur ein paar Tage vorher. So würden viele gestehen, ja, aber das ist schon sehr spezifisch. Das ist schon sehr spezifisch. Also, das ist jetzt kein Jo, wo ist die Peggy? Sondern das ist halt so So, yo, hier gibt es eine Backstory. Das hat er sich ja nicht einfach ausgedacht, denke ich. Keine Ahnung. Und es gab ja diesen einen Jungen, wo die Polizei nicht drauf gehört hat, der gesagt hat, yo, er hat gesehen, wie ein Mann Peggy verfolgt hat in irgendeinem Feld oder sowas. Er war es, nicht? Okay, 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 okay. Gottes Willen, Alter, Gottes Willen. Nachdem das neunjährige Mädchen auf den Boden fiel und anfing zu schreien, hat Ulvi ihr Nase und Mund zugehalten, bis sie aufhörte zu atmen. Endlich hatten die Ermittler das, worauf sie seit mehreren Monaten hingearbeitet haben. Du kannst es auch einfach locker in die Richtung lenken. Das auf jeden Fall. Aber... Ich weiß nicht, ob das mit der Back... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, gab es damals schon... In Amerika gibt es ja solche... So Footage und sowas. Von den ganzen Gesprächen. Das wäre ganz gut, wenn es das hier auch gäbe. Er wurde extrem unter Druck gesetzt. Für einen im Kopf 10-Jährigen, gehe ich davon aus. Und viele anderen... Also, dass er so gestanden hat. Okay, stell vor, du bist schon eingesperrt und nicht freigelassen. Boah, ihr habt schon recht. Ihr habt schon recht. Mit so viel Steve-Fragen kann man viel erreichen. Ich war... Ich war off... Ich bin off-guard gecatcht. Wegen dieser Backstory. Aber du hast schon recht. Wenn sie vielleicht sagen, yo, du hattest ja schon mal was mit deinem Kind. Ist es nicht richtig? Und er so, ja. Und du wurdest ja auch verurteilt. Ja. Und du hast es letztens wieder gemacht mit dem Hose runterziehen oder sowas. Ja. War da nicht letztens erst die Peggy bei euch zu Hause? Ja, ja, stimmt. Genau, war sie zu Hause. Und hast du nicht sowas... Hast du dann ihr irgendwas angetan? Und dann sagt er, nee. Und dann sagen sie, mh und mh. Es müsste halt irgendein, ich weiß nicht, Psychologe oder sowas, müsste halt theoretisch bei so einem Gespräch dabei sein. Oder irgendjemand, der sich damit auskennt oder so. Dann wurde er wahrscheinlich, dann wurde er wahrscheinlich dafür verhaftet oder verurteilt. Und in Wahrheit weiß man gar nicht, ob er das nicht, gar nicht gewesen ist. Ergebnis. Ein Ende der Suche. Durch ein Geständnis einer Person, die eine glaubhafte Verbindung zu Peggy hatte. Doch das Geständnis ist unter ziemlich fragwürdigen Bedingungen entstanden. Scheiße. Das spielte für das Gericht damals aber keine Rolle. Es wurde als rechtmäßig anerkannt. Der nun Angeklagte gestand ohne irgendeine rechtliche Unterstützung. Und es gab keinerlei Tonaufnahmen vom Verhör. Somit stützt sich das Geständnis lediglich auf das Gedächtnisprotokoll des Ermittlers. Das ist aber auch crazy. Wenn du angenommen, der Täter wäre ein Polizist. Ich meine, da werden ja wahrscheinlich zwei drin sein oder so. Egal. Die beiden Täter sind Polizisten und verhören dann irgendwen. Das wird gar nicht erst aufgezeichnet. Und sagen dann, ja, der hat gestanden. Der hat uns das so gesagt und so hat er das gemacht. Zack. Das war's. Dann hast du gestanden. Weil die Polizisten sagen das ja. Kurze Zeit später nahm er das Geständnis am Mord wieder zurück. Den Missbrauch gestand er trotzdem. Okay. Doch das hat keinerlei Auswirkungen auf die Verhandlungen. Ebenso wenig wie das Alibi durch Herrn Teichmann, dem Ulvi beim Holzschichten geholfen hat. Mhm. Das Alibi war trotz der Zeugenaussage nicht aussagekräftig genug. Ein weiterer Name tauchte immer wieder auf und war auch aktenbekannt. Da kann was nicht stimmen. Peggys Verhalten veränderte sich schon ein Jahr vor ihrem Verschwinden. Ich glaube, dass die früher stattgefunden hat. Zudem, wie soll das alles geschehen sein, wenn der Sohn, das wird es im Kopf, zwischen acht und zehn Jahre alt war, psychologisch. Bruder. Oder, ja, Bruder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Polizeiversagen. Ja, ja, stimmt schon. Also generell, wenn ihr in einem Verhör euch wiederfindet, sprecht oder versucht, so gut wie es geht, den Beamten zu helfen. Aber lasst euch nicht, sprecht nicht ohne einen Anwalt. Am besten so. Hatte aber aus merkwürdigen, nicht nachvollziehbaren Gründen keinerlei Relevanz im Verfahren. Der Name des Mannes war Manuel S. Ulvi nannte unter Druck immer wieder verschiedene Namen. Es war mal von seinem Vater als Komplize die Rede und mal von einem gewissen Manuel S. Ulvi... Schnecke, danke dir. Danke dir für fünf verschenkte Subs. Ja, 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 ja. Okay. Ja, das ist dann... Ja, okay, aber als ob er dann seinen Vater und dann irgendwie random mit anderen und sowas... Boah, Schnecke, vielen, vielen Dank nochmal. ...berichtete, dass er ihm beim Entsorgen der Leiche geholfen habe. Nachdem Manuel S. Mutter aber plötzlich gegen Ulvi aussagte und ihn zur Tatzeit am Henry-Matteu-Platz gesehen haben will, war der Ausgang von Ulvis Verhandlungen bereits entschieden. Der Prozess begann am 30. Vielleicht hatte sie dann auch Angst, jetzt nur rein spekulativ, vielleicht hatte sie dann auch Angst, dass dieser Manuel dann angeschwärzt wird, weil der halt unter Druck gestanden hat und dann hat sie gesagt, naja, ich hab den aber da am Hauptplatz gesehen und sowas, also... September 2003 unter Ausschluss der Öffentlichkeit und endete am 30. April 2004 mit einem Schuldspruch mit lebenslanger Haft für Ulvi Kulac. Hauptindiz war das fragwürdige Geständnis und die Zeugenaussage eines Mitinsassen im Bezirkskrankenhaus, der mit der Polizei zusammenarbeitete. Der Mitinsasse hieß Peter H. Er hat später aber auch das Wiederaufnahmeverfahren zum Fall angestoßen und nahm im Juli 2012 seine damalige Aussage zurück und gestand damals vor Gericht gelogen zu haben. Okay, also wir haben hier ungefähr, ich weiß nicht mal genau wie viel es waren, ich glaube wir haben drei Aussagen, die getätigt wurden und die wieder zurückgezogen. wurden und zwei Geschichten, die komplett erfunden wurden. Also auch von zwei Jungs gemeinsam, also die haben sich das abgesprochen und sowas. Dann haben wir ungefähr fünf pädophile Menschen und hunderttausend Leute, die irgendwo irgendwelche... Also da musste ich halt auch einmal auskennen. Die Reue habe ihn eingeholt und er ertrüge es nicht mehr zu sehen, wie sehr der für schuldig befundene Ulvi Kulac und seine Familie unter der Verurteilung litten. Seine Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde lag einer versprochenen Hafterleichterung zugrunde. Ein zweiter ausschlaggebender Grund war die Tatsache, dass dem als geistig behindert geltenden Kulac zur Zeit des Prozesses kein Betreuer zugewiesen wurde, woraufhin nun eine Verfassungsbeschwerde eingereicht wurde. Im April 2013 stellte Ulvis Anwalt den Antrag auf Wiederaufnahme, der zunächst von der Staatsanwaltschaft Hof abgelehnt wurde. Doch der erneute Wiederaufnahmeantrag bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde genehmigt und begann im April 2014 und hatte schon am 14. Mai 2014 die Aufhebung der früheren Verurteilung von Ulvi zur Folge. In einem weiteren Gutachten galt es nun zu klären, ob der nun als unschuldig geltende Kulac weiterhin in der psychiatrischen Klinik untergebracht werden musste oder nicht. Auch in diesem Fall konnte man das Gericht überzeugen und der Lichtenberger wurde Ende Juli 2015 freigelassen. Bist deppert, Alter. Bist du deppert. Dann bist du erst mal, okay, es sind immer noch 20 Minuten, was kommt jetzt noch? Weitere Ermittlungen, okay. Dann bist du erst mal, dann bist du erst mal jahrelang im Knast gewesen, weil du unter Druck, wahrscheinlich, also ziemlich sicher unter Druck ein Geständnis abgelegt hast, was sich ja auch geändert hat. Da hat es geheißen, jo, der Vater. Ich finde das auch interessant, dass der, dass Komplizen genannt wurden und dass das quasi nichts bewirkt hat oder sowas. Oder zumindest wüsste ich davon nichts. Jo, er hat jetzt nicht gesagt, dass diese Komplizen eingesperrt wurden. Also einmal war es ja der Vater und einmal war es dieser Manuel, aber trotzdem hat das Geständnis gegolten. Jo, das Geständnis reicht, aber wenn er sagt, jo, da ist noch was anderes passiert, das ist uns egal. Das ist uns komplett egal. Mehr als zehn Jahre gesessen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann mir auch gut vorstellen, es gibt ja auch sowas wie ein, wie ein, gut, das ist halt ein bisschen was anderes, so ein Kronzeugenstatus oder sowas, also dass der andere Typ quasi eine verminderte Haft bekommt, wenn er dann gegen den Boy aussagt. Aber damit musst du dann halt auch einmal leben können, weil du weißt, dass es halt nicht richtig ist. Es nicht strafbar ist, nahes Familienmitglied eine Leiche verschwinden zu lassen. Was? Hast du das im Solmecke-Video gelernt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist safe, es ist safe strafbar. Falls ihr eine Leiche habt, dann haut ihr es selber irgendwo weg. Ich will das nicht machen für euch. Weitere Ermittlungen. Let's go. Wie vorher schon erwähnt, war das Geständnis von Ulvi Kulatsch schon damals äußerst fragwürdig. Doch scheinbar gab das Gericht dem Mediendruck nach und nahm das Geständnis dankend an. Wenn man sich nun einmal die Ermittlungsakten anschaut, stellt man schnell fest, dass die Untersuchungen mit Kulatsch Schuldspruch noch lange nicht abgeschlossen waren. Viele Indizien, Zeugenaussagen und mehrere Hinweise hatten im Prozess gegen den mittlerweile zu Unrecht Verurteilten zwar keine Gewichtung, doch es wurden neue Sonderkommissionen berufen. Zu den ungeklärten Fragen gehörten zum einen der Verbleib von Peggy Knoblauch, denn noch immer wurde keine Leiche gefunden und auch darauf konnte Ulvi keine Antworten geben. Und zum anderen gab es immer noch widersprüchliche Aussagen zur Tatzeit. Etliche Zeugen wollen Peggy noch deutlich nach der mutmaßlichen Tatzeit gesehen haben. Wenn man jedoch dahingehend weiter ermittelt hätte, wäre das ein klares Alibi für Ulvi gewesen. Und die Ermittler würden gegen ihre eigene Hauptthese arbeiten. Bei der Menge an Verdächtigen, die zum Teil auch kein Alibi hatten, ist es mehr als ungewöhnlich, dass nicht weiter ermittelt wurde. Die Suche nach Peggys sterblichen Überresten lief auf Hochtouren weiter. Es stellte sich heraus, dass zwei Tage nach dem Verschwinden der kleinen Knoblauch eine 81-jährige Frau in Lichtenberg beerdigt wurde. Da ihr Grab zum Zeitpunkt des Verschwindens schon ausgehoben war, erwog die Staatsanwaltschaft, dass Peggy dort versteckt worden sein könnte. Am 8. Januar 2014 wurde dann das besagte Grab geöffnet, ohne irgendwelche Anzeichen von Kinderknochen. Im April 2015 begaben sich Taucher im Stausee der Talsperre Pirck auf die Suche nach Peggys Schulranzen, den man dort nach ihrem Verschwinden gesehen haben soll. Stimmt! Auch dort fand man keine neuen Hinweise oder Spuren von Peggy. Im selben Jahr wurde der Fall am 3. Juni in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, thematisiert und erregte erneute Aufmerksamkeit auf den Fall. Doch es gab keine neuen Hinweise und keine Ermittlungserfolge. Die Suche nach Peggys Leiche stand nicht still, aber die Hoffnung wurde immer kleiner und damit auch die Hoffnung wichtige Hinweise, die mit der Leiche vergraben oder versteckt wurden und auf den Täter deuten könnten, nicht zu finden. Aber dann passierte etwas, mit dem fast niemand mehr gerechnet hat. Die Leiche von Peggy wurde gefunden. Okay, ich habe jetzt sehr viele Fragen. Es ist der 2. Juli 2016. Mehr als 15 Jahre sind nun seit dem Verschwinden von Peggy Knoblauch vergangen. Ein Pilzsammler entdeckt in einem Waldstück Wahnsinn, musst du überlegen, das ist eineinhalb Mal so viel, wie sie alt war. Bei Rodacher Brunnen Thüringen. Ungefähr 12 Kilometer Luftlinie von Peggys Heimatstabend. Okay, 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 okay. Warte mal, Z-Box kurz darüber. Da ist Lichtenberg. Da ist Lichtenberg, da hat sich das alles abgespielt, ne? Das sieht schon recht abgelegen aus, Aber ist das hier auch eine City, so eine kleine? Ne, das ist keine City. Aber das sind auch so ein paar Häuser, maybe, I don't know. Rodacher Brunnen. Statt Lichtenberg entfernt, Skelettteile. Schnell stellt man mittels DNA-Analyse fest, dass es sich bei diesem Fund um die sterblichen Überreste von Peggy Knoblauch handelt. Der Fundort liegt in dem Bereich, der 2001 angeblich mit Infrarot- und Wärmebildkameras von der Polizei abgesucht wurde. Warum die Leiche nicht schon damals gefunden wurde, weiß man nicht. Wo hat der Typ damals sich eingebildet? Da gab es einen Typen, der eine Puppen, der eine Leiche mit Puppengesicht oder sowas gesehen haben will. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Lichtenberg ist nicht mehr so weit weg von da, wo ich wohne. Tja, wohnst du da irgendwo auf dem Screen? Wenn ja, dann dox dich jetzt selber. Tiere und Regenfälle. Eben, möglich, dass sie damals da noch nicht lag. Ey, ich weiß es nicht, aber so wie er das erzählt hat, könnte es sein, dass damals tatsächlich jemand anders die Leiche vom Peggy Knoblauch gefunden hat. Daraufhin hat das der Typ mitbekommen, der sie gerade eben dort abgelegt hat oder was weiß ich was, keine Ahnung, und hat sie dann wieder entfernt oder hat sie dann irgendwo anders eben dort in diesem anderen Ort hingebracht. Fälle hatten den Boden aufgewühlt und sorgten dafür, dass die Knochen nach einer so langen Zeit zum Vorschein kamen. Das gefundene Skelett war nicht vollständig und es fehlten Kleidungsstücke und der Schulranzen. Crazy. Wenn du dir das überlegst. Sonst wäre sie nicht gefunden worden. Wir gar nicht wissen, was alles gerade eben unter der Erde ist, wonach man noch sucht. Teile vom Torso und Schädel wurden gefunden. Und etwas weiter weg fand man die Uhr von Peggy, die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hat, ihre Kleidung, Schuhe und ein Werbegeschenk. Es erweckt den Anschein, dass Peggys Leiche nicht allzu tief vergraben wurde. Da der Fundort ein ziemlich versteckter Ort im Wald war, liegt die Vermutung nah, dass der Täter sich in der Ortschaft auskannte. Gerichtsmediziner untersuchten die Überreste von Peggy. Und es stellte sich bei den Untersuchungen heraus, dass Peggy höchstwahrscheinlich am 7. Mai 2001 durch einen nicht natürlichen Tod gestorben ist und nachträglich an den Fundort gebracht und begraben wurde. Also der Ort, an dem sie gefunden wurde, war nicht der Ort, an dem sie getötet wurde. Wie lange Peggy dort schon lag, ist ungeklärt. Doch die Überreste entsprechen der einer Neunjährigen. Das bedeutet, sie wurde nicht erst mehrere Jahre gefangen gehalten und erst dann getötet. Ja. Ende September 2019 wurde das gesamte Gelände um den Fundort herum genauer untersucht. Ich meine, es würde auch Sinn machen, dass du zuerst nicht, dass du die Leiche quasi nicht gleich entsorgst oder wie auch immer. Entsorgst ist ein falsches Wort. Dass du die Leiche nicht zuerst irgendwo vergräbst oder sonst was, sondern dass du sie bei dir zu Hause oder wo auch immer aufbewahrst, bis quasi die Ermittlungen, bis diese ganzen Suchen zu Ende sind und dann, ja, beseitigen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Weil das halt so wesentlich besser ist. Noch ein Grund, warum es Ulvi nicht zahlen konnte. Wie soll er eine Leiche dorthin bringen? Das ist eine gute Frage. Ey, ich habe mir vorhin auch so gedacht, so, okay, dieser Ulvi, der hat ein Geständnis abgelegt. Der wird auch gesagt haben, okay, was ist mit ihr passiert? Die werden ihn gefragt haben, wo hast du sie hingebracht? Oder er wird jetzt keine Ahnung gehabt haben, weil er hat es ja nicht gemacht. Oder zumindest, also zumindest hat er es ziemlich wahrscheinlich nicht gemacht. Weil er wurde ja dann auch freigelassen und sowas. Er könnte theoretisch immer noch gewesen sein, aber genauso gut könnte es auch der Hermann Müller gewesen sein, der genau hier wohnt. Dieser Leichenfund war damals ein Skandal. Warum? Neben Peggys Schädel wurde eine Baumwollfaser gefunden. Grau-Grün, kleiner als ein Fingernagel und 0,019 Gramm leicht. Die DNA-Untersuchung ergab, dass die Spuren dem Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt zuzuordnet waren. Was machen die Spuren eines rechten Extremisten am Fundort von der Leiche eines vermissten Mädchens? Im März 2017 räumte die Staatsanwaltschaft Bayreuth ein, dass es sich bei dem Fund um eine Trugspur handelt. Während der Spurensicherung der Polizei sei die Baumwollfaser an den Fundort gelangt. Ach so, okay. Ein Metamaß, das bei der Spurensicherung eines Wohnwagens verwendet wurde, hatte scheinbar noch Spuren von der damaligen Untersuchung an sich. Zweifelsfrei konnte das Stoffstückchen einem Kopfhörer Wer ist der Kaiser? Dein Ernst? Ich hab doch nie was von dem gehört. Sorry, falls ich den kennen sollte. Ich bin jetzt nicht so bewandert. Zugeordnet werden, der in einem ausgebrannten Wohnwagen gefunden wurde. In diesem versuchte Böhnhardt eine Leiche verschwinden zu lassen. Die Sonderkommission Peggy berichtet, dass das Baumwollstück niemals einen Zeitraum von 15 Jahren überstanden hätte, wenn man die Witterungsverhältnisse bedenkt. Das hab ich mir auch gedacht, dass es einfach so direkt daneben gefunden wird, so ohne Probleme. Naja. Österreicher müssen jeden rechten Deutschen kennen. Das ist true. Dementsprechend ist man sich sicher, dass Böhnhardt nichts mit dem Verschwinden von Peggy zu tun hat. Heftig. NSU sagt mir nichts. Kennt mir nicht aus. Die neue Super-Ultra-Rechte in Deutschland. Manuel S. Und... Ah, Manuel S. Der Typ, der von Ulvi als Mittäter quasi geframed wurde und aktuelle Ermittlungen. Ja. Ich hatte am Anfang des Videos schon betont, dass es schwierig ist, die Chronologie sinnvoll und verständlich wiederzugeben, ohne zu viele Randinformationen auszulassen. Deswegen hoffe ich, dass ihr bis hierhin mitgekommen seid. Falls nicht, nochmals eine kurze Zusammenfassung. Das bin ich gerade. Wir wissen jetzt, wie Peggy verschwunden ist, wer die Verdächtigen waren, warum Ulvi Kulac eine längere Zeit als Hauptverdächtiger gehandelt und daraufhin auch festgenommen wurde und auch warum sein Geständnis, das einen möglichen und nachvollziehbaren Tatablauf geschildert hat, anfangs zwar vom Gericht als ausreichendes Beweismittel gegen ihn zugelassen, später aber doch fallen gelassen wurde. Außerdem wissen wir, dass die Leiche von Peggy 15 Jahre später in einem Waldstück in der Nähe von Lichtenberg gefunden wurde. Leider beantwortete dieser Fund weniger Fragen, als er aufwarf. Dennoch konnte man eine Information herausfiltern, nämlich die, dass der Mörder von Peggy sich wahrscheinlich gut in der Umgebung um Lichtenberg herum auskannte. Und das ist auch das richtige Stichwort, denn wir sind noch nicht am Ende der Liste der möglichen Täter. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr vielleicht, welcher Name jetzt noch einmal auftaucht. Ein Name, den Ulvi mehrmals in den Verhören genannt hat, der aber mit einem einfachen Alibi durch seine eigene Mutter schnell beiseite geschoben wurde, da man sich auf Ulvi als Täter versteift hat. Die Rede ist von Manuel S. Manuel S. wohnt in Leutenforst mit seiner Frau und seinen Kindern. Neben seinem kleinen Biohof arbeitet er zusätzlich als Bestatter. Ursprünglich kommt er aus Lichtenberg, wo er mit seinen zwei Brüdern in der Nähe von Peggy aufwuchs. Sein Name ist in den ersten Vernehmungen zu Peggys Verschwinden mehrfach aufgetaucht. Er stand mit Ulvi Kulatsch in Verbindung und dieser sagte damals aus, dass unter anderem Manuel S. ihm dabei geholfen habe, die Leiche von Peggy verschwinden zu lassen. Nach einem ersten Alibi und der Verurteilung von Kulatsch wurde erst einmal von ihm abgelassen. Im späteren Verlauf der Ermittlung stellt sich aber heraus, dass Manuel S. eine Schlüsselfigur des gesamten Falles ist. Doch zunächst schien das Alibi, was seine Mutter ihm gab, von größerer Bedeutung zu sein. Erinnern wir uns kurz zurück, diese belastete Kulatsch nämlich mit ihrer Aussage ihn... Ja, safe! Bruder, ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt! Safe! Manuel S. Moment, keiner ist hier offiziell bedingselt. Manuel S. wurde vorgeworfen von Ulvi mit in den Fall involviert zu sein. Okay, zack! Dann hat er gesagt, jo, das ist so ein Mittäter und dies und das und jenes. Dann hat seine Mom aber gesagt, die Mom von Manuel S. hat gesagt, die Mama S. hat gesagt, ne, der, den, der war da auf dem Hauptplatz und ich hab ihn da gesehen und das ist, das ist alles easy und sowas. Das ist jetzt ein bisschen kritisch, Mama S. gesehen zu haben und das führte letztendlich zu seiner Verurteilung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Aussage erst ein Jahr nach Peggys Verschwinden gemacht wurde und vor allem erst, nachdem Ulvi ihren Sohn belastet hat. Ja. Dann im Jahr 2018 wird Manuel nochmals genauer unter die Lupe genommen und damit einhergehend sein Anwesen untersucht. Am 12. September wird Manuel S. von der Polizei abgefangen und in eine Dienststelle in Wohnsiedel gebracht. In Anwesenheit von Kripo, einem Psychologen und der Staatsanwaltschaft wird er zunächst ohne Anwalt verhört. Seine Bitte nach Rechtsbeistand wird von den Beamten abgeschüttelt und man legt ihm nahe, es zunächst einmal ohne zu probieren. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Also gescheit von den Beamten. Die Sonderkommission ist durch die Analyse von Mikropartikeln auf die Spur aufmerksam. Mal was glaubst, wie viele Leute sich da schon verrannt haben oder irgendwas gesagt haben, was sie nicht hätten sagen sollen. Geht natürlich auch komplett umgekehrt wie bei dem Ulvi, dass du dann was aus einer Person rausbekommst, also etwas rausforcierst, so, aber es gibt genauso gut Leute, die sagen dann einfach sowas wie, ja, da geht es ja auch nur um eigene, um minimale Wortlaute, so, keine Ahnung, du sagst irgendwie, ja, und der Mörder, der hätte das bestimmt, äh, ich weiß nicht, wer der Mörder ist, ähm, aber, ich, keine Ahnung, mir fällt jetzt nicht zu spontan ein, aber ihr wisst, was ich meine. Oder du sagst irgendwie sowas wie, ja, der Mörder, zu dem Zeitpunkt, wo noch nicht bekannt ist, dass Peggy wirklich ermordet wurde und sowas, ne? Mein Gehirn ist verknotet, meins auch, deswegen kriege ich keine geraden Sätze mehr raus. An Peggys sterblichen Überresten wurde von einer Pollenkundlerin eine bestimmte Pollenart, wie sie auch in Blumenerde vorkommt, in der Schädelhöhle von Peggy festgestellt. Das ist unfassbar, was man da alles für Informationen rausbekommt, aus einem Fund, der 15 Jahre lang, warte, 15? Na, äh, oh ja, 15 Jahre lang irgendwo in irgendeinem Wald gelegen hat. Wahnsinn. Ja, du bist Pollenkundlerin. Die vorgefundene Pollenart gibt es nicht in der Nähe des Fundortes Peggys Leiche und das könnte bedeuten, dass Peggy die Pollen noch zu Lebzeiten eingeatmet hat. Des Weiteren fand man Farbpartikel von Wanddispersionsfarbe in den Tönen Violett, Weißgrau, Gelb und Grün. Das sind Anzeichen, die auf Renovierungsmüll schließen könnten. Die gefundenen Mikropartikel decken sich mit den von Manuel S. angegebenen Tätigkeiten, die er am 7. Mai 2001 gemacht haben will. Es konnte bewiesen werden, dass der jetzt Verdächtige in diesem Zeitraum sein Haus renoviert hat. Zusätzlich stellte man fest, dass sein Alibi nichtig war, denn es gab Videoaufnahmen von S., die zeigten, dass er sich am Tag des Verschwindens in Lichtenberg aufgehalten hat und zur möglichen Tatzeit im Stadtkern war. Dann folgt das, was alle Beteiligten schockiert. Manuel S. legt nach 17 Jahren Schweigen ein Geständnis ab. Doch bloß ein Teilgeständnis. Nun sagt er erneut aus und schildert den Tag wie folgt. Er ist am 7. Mai 2001 mit seinem Audi durch Lichtenberg gefahren. Auf der Poststraße kommt er im Bushäuschen vorbei und wird dort von Ulvi K. angehalten. Weiter erzählt er, dass ihm an genau dieser Bushaltestelle die leblose Peggy Knoblauch übergeben wurde. Von wem verschleiert er? Doch er kennt diese Person beim Namen. Manuel S. will noch versucht haben, die kleine Neunjährige wiederzubeleben, doch sie war schon tot. Anschließend soll er Peggy in eine rote Decke gewickelt und in seinen Kofferraum gelegt haben, bevor er in den Wald gefahren ist, wo Peggy 2016 gefunden wurde. Er begutzt Was halten wir davon? Es geht noch ein bisschen weiter, aber ganz kurz, ganz kurz. Ulvi ist an irgendeiner Bushaltestelle gewesen mit dem leblosen Körper eines Kindes. Genau. Und sagt, hey, schau mal her, hier ist ein lebloser Kinderkörper. Schau mal, das ist die Peggy. Ah, ich werde sie in einem Wald vergraben. Das ist dein Gedankengang oder sowas. Typischer Montag, erstmal Bullshit. Ey, ey, okay, okay, irgendjemand hat, irgendjemand hat dieses Kind ermordet und ich kenne diese Person beim Namen. Ich will es euch aber nicht sagen. Warum? Keine Ahnung, so halt. Ich will es euch nicht sagen, kein Bock. Aber ich wollte nur was Gutes, ich wollte nur was Gutes machen und sowas. Ich habe, by the way, Ewigkeiten die Ermittlungen aufgehalten und sowas, weil ich kenne den Mörder und ich weiß, wo die Peggy ist, aber ich habe 15 Jahre lang gar nichts gesagt oder in dem Fall jetzt dann 17 Jahre gar nichts gesagt und habe einfach nur drauf gewartet, bis sie drauf kommt. Und dann ist das die Story. Dann ist das die Story. Aber sowieso, es ist halt auffällig, dass Ulvi, dass er von Ulvi redet und dass Ulvi gesagt hat, yo, er hat mir beim Verstecken der Leiche geholfen, quasi. Das kommt ein bisschen random, oder? Er wusste von dieser Aussage und hat sich dann gedacht, na gut, dann mache ich mir das zunutze und sagt dann wirklich, yo, ich habe diese Leiche quasi von Ulvi so bekommen. Das ist so random. Also du, imagine, du bist gerade am Weg, naja, keine Ahnung, fährst zum Lidl und willst dir einen Eistee kaufen, dann ist da eine Kinderleiche. Würdest du dann sagen, ja, passt, ich fahre jetzt in den Wald und vergrabe sie und schweige 17 Jahre lang? Naja, offiziell nicht. Dann würde ich sagen, okay, hallo, ich fahre zur Polizei. Klar ist es dann auffällig, aber halt, was willst du machen, ne? Begrub die Leiche und hat die Jacke und den Schulranzen ein paar Tage später bei sich zu Hause verbrannt. Der Name des Mannes, dem die Leiche übergeben haben soll, wurde nie namentlich festgehalten, aber es soll nicht gegen ihn ermittelt werden. Jedem ist klar, wer damit gemeint ist. Ulvi Kulac. Die Polizei veröffentlicht Tonbandaufnahmen vom 24.07.2002, die damals heimlich aufgenommen wurden. Es handelt sich dabei um ein Gespräch zwischen Ulvi Kulac und seinem Vater. Auf den Bändern ist zu hören, wie der mittlerweile freigesprochene seinem Vater erzählt, dass er Peggy Knobloch zusammen mit Manuel S. umgebracht hat. Und dann später, wie ich unten an der Reifeisen war, ist der Manuel S. gekummer. Ho, und dann habe ich die Peggy gefragt, was sie macht, wo sie hingehe. Hotza gesagt, dann ist sie weggerannt, dann sind wir hinterhergerannt. Die Authentizität von Ulvis Aussage war schwierig einzuschätzen und da er immer wieder verschiedene Versionen erzählt hat, schenkte man dieser keinen Glauben mehr. Mal war er alleine, ein anderes Mal waren andere beteiligt, wie zum Beispiel auch sein Vater. Dieser Verdacht wurde aber entkräftet. Nun rollt die Polizei den gesamten Fall nochmal neu auf und ermittelt gegen Manuel. Ulvi ist in den neuen Untersuchungen außen vor. Da er bereits einmal freigesprochen wurde, gilt er von dem Gesetz als unschuldig und kann nicht für dasselbe Delikt nochmals angeklagt werden. Lol. Und wenn er jetzt gestehen würde, gut, er hat das schon mal gestanden, aber wenn er jetzt einfach sagen würde, yo, by the way, ich war's wirklich, könnte er dann nicht nochmal, ne? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also langsam. Gut, Ulvi ist freigesprochen worden. Ulvi ist freigesprochen worden. Der Geständnis schon, okay. Bei neuen Beweisen müsste doch eine Wiederaufnahme möglich sein. Ich denke, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Nein, und das ist gut so. Naja, jetzt angenommen, gut, der ist schon lange gesessen, der Ulvi und sowas. Angenommen, ich werde jetzt überfühlt, also überfühlt. Angenommen, ich werde verhaftet wegen einem Mord. Dann drei Jahre später werde ich freigesprochen, weil irgendwas Neues da reinkommt oder sowas, ne? Und dann sage ich Dirk drauf, ja, by the way, ich bin's doch gewesen, ne? Habe der. So, das war's dann. Dann kann ich ja safe nochmal eingesperrt werden, auch wenn es schon mal freigesprochen wurde. Boah, ich weiß es nicht. Somit steht Manuel S. im Fokus und es gilt ihm, die Schuld nachzuweisen. Das Teilgeständnis wirft einige Fragen auf. Zum einen hinterfragt man die Beziehung von Kulac und Manuel S. Die beiden sollen sich zwar gekannt haben, waren aber keine Freunde. Warum also sollte Manuel für Ulvi eine Leiche verscharren? Die Polizei zu rufen, liegt doch sehr viel näher. Versucht der Verdächtige hier vielleicht sogar Kulac die Schuld zuzuschieben, um so mit einer geringeren Strafe davon zu kommen? Das hab ich mir nämlich gedacht. Die Geschichte weist weitere Ungereimtheiten auf. Wenn sich das Geschehene genauso abgespielt haben soll, hätte es doch mehrere Zeugen geben müssen. Ein solches Ereignis blieb an einem so öffentlichen Ort wie einer Haltestelle, wird kaum unbemerkt. Ja, aber hat nicht eh irgendwer irgendwer hat doch gesagt, ich hab dann, äh, die ist weggelaufen. Sie ist weggelaufen und wir sind ihr hinterher. Was ist mit dem Jungen, der gesehen hat, vielleicht ist es auch nicht, vielleicht war das was komplett anderes und der hat gesagt, jo, ich hab die da hinten gesehen und in Wahrheit hat sich das da abgespielt oder so. Mhm. Gerade weil viele Zeugen von dieser Bushaltestelle auch berichtet haben. Später sagte S aus, dass er sich die Geschichte bloß ausgedacht hätte und nahm sein Geständnis zurück. Er sah eine Lüge als einzige Möglichkeit, um der 10-stündigen Vernehmung zu entkommen. Er sagte, anders ließen sich die Beamten wohl nicht kleinkriegen. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Aber Bruder, das wievielte ist das? Das wievielte Geständnis ist es, dass wieder zurückgenommen wurde? Also das ist Minimum. Right on off the top of my head ist es Minimum die vierte Aussage, die getätigt wurde und dann wieder zurückgezogen wurde. Minimum. Um endlich seine Ruhe zu haben, erzählte er dann irgendwann diesen Mist, wie er es bezeichnete. Die Polizei versucht die Geschichte zu prüfen und fragt nach Peggys Schuhen, die etwas weiter vom Skelett gefunden wurden. Manuel konnte davon nichts wissen. Er sagte, dass er sie mit den anderen Sachen verbrannt hätte. Als die Beamten fragten, ob er sich da sicher sei, überlegte er noch einmal und plötzlich will er sie in den Müll geworfen haben. Nachdem sie noch einmal nachfragten, meinte es, dass er es nicht mehr wüsste. Das schien der Staatsanwaltschaft auszureichen, ihn für unglaubwürdig und so für unschuldig zu halten. Er wurde noch am selben Abend entlastet. Ein Haftbefehl wurde nicht ausgestellt. Ist auch crazy, ob sie... Stimmen wurden laut. Ist auch crazy, dass der ein Geständnis ablegt und noch am gleichen Tag einfach rausspazieren kann. Nochmal, das ist alles ein bisschen komplizierter als das, was wir hier runtergebrochen hören. Na, aber halt, Bro, einfach lügen, bis man freikommt. Denke ich mir auch. Ah, by the way, ich habe die Peggy Knobloch da hinten in dem Wald begraben. Ja, wissen Sie doch, was mit den Schuhen war? Na? Ah, okay, na passt. Dann, wir melden uns, gell, oder auch nicht. dass die Einstellung der zuständigen Behörden skandalös ist. Anstatt nach Beweisen für die Schuldfähigkeit zu suchen, schienen die Beamten nach Gründen für Manuel S. Unschuld zu suchen. Dies wies die Polizei in einer Pressekonferenz ab. Am 11. Dezember 2018 wurde Manuel S. schließlich doch von der Polizei verhaftet und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Das Ganze war eine Farce, denn sofort stellt ein anderer Richter den Haftbefehl und Frage, ihm reichen die Beweise der Polizei nicht für eine Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Bayreuth hob den Haftbefehl noch im Dezember wieder auf und ließ den Mann frei. Obwohl die Polizei nun der Überzeugung ist, dass Manuel und Ulvi für den Tod der Neunjährigen verantwortlich sind, fehlen stichfeste Beweise, die für eine Festnahme reichen würden. Crazy, oder? Beide haben gestanden. Ihrer Meinung nach soll der Tathergang aber so ausgesehen haben. Um 13.24 Uhr wurde Peggy das letzte Mal gesichert gesehen. Sie überquerte den Henry-Matteu-Platz und soll nie zu Hause angekommen sein. Das legt nah, dass sie auf den letzten 50 Metern abgefangen wurde. Das konnte bloß nie wirklich bewiesen werden. Ein Mann, vermutlich Ulvi, stellt sich Peggy in den Weg. Er soll sie die Tage vorher vergewaltigt haben und nun möchte er die Chance nutzen, sich bei ihr zu entschuldigen. Er bittet sie darum, dass sie es niemandem sagen soll. Die Neunjährige läuft daraufhin weg und rennt über einen Feldweg. Ein zweiter Mann kommt dazu, der verdächtige Manuel S. Beide Männer verfolgen sie nun und holen das kleine Mädchen ein. Sie stoppen sie und Peggy versucht, sich zu wehren. Sie greift die beiden an und trifft sie mitten in den Schritt. Die Männer werden wütend. Daraufhin wird sie rumgeschubst und schließlich von Manuel S. geohrfeigt. Sie stürzt, schreit um Hilfe und Manuel S. sagt Ulvi, dass sie ihr den Mund zuhalten soll. Gesagt, getan, doch Ulvi hält dem Mädchen Mund und Nase zu, sodass sie nach kurzer Zeit nicht mehr atmet. Manuel S. will sie versucht haben, wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Peggy ist tot. Zunächst sollen die beiden Männer Peggy neben einer Burgmauer abgelegt haben, während Manuel sein Auto holte. Ulvi wartet währenddessen neben der Leiche auf seinen Mittäter. Manuel kommt mit seinem Auto und einer schwarzen Plane wieder, in die er Peggy letztendlich wickelt und in den Kofferraum steckt. Er fährt ungefähr 20 Kilometer weiter bis zum Waldstück Rodacher Brunnen Thüringen und vergräbt dort das Mädchen. Im Anschluss fährt er nach Lichtenberg zurück und wird an der Sparkasse von Überwachungskameras erfasst. Doch leider kann nichts davon bewiesen werden. Am 22. Oktober 2020 nehmen die Ermittlungen ein Ende. Die zuständige Staatsanwaltschaft teilt mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und der Fall Peggy mit insgesamt 6.400 Spuren 250 Gutachten und 3.600 Vernehmungen zu den Cold Cases gelegt wird. Leider haben die jahrelangen Ermittlungen nicht zu genügend Beweisen geführt, um einen Verdächtigen anzuklagen. Der Fall Peggy Wenn Peggy sich gewehrt hat und geschrien hat und muss doch irgendjemand den Streit gehört haben, naja, es war halt draußen auf irgendeinem Feld. Ich weiß ja nicht, also wie weit draußen in dem Feld, aber jetzt stell dir ein Feld vor und irgendjemand ist da wirklich so 150, 200 Meter weiter weg und schreit auch nicht in die richtige Richtung oder sowas. Vielleicht, vielleicht hat das dann noch wirklich keiner mitbekommen. Äh, ich guck, aber Ich Knobloch, es sei jeher ein Cold Case und der Mörder nach wie vor frei. Der Manuel ist ja nicht im Knast, oder? Was sagt uns der Fall Peggy? Warum ist er noch heute von so großer Wichtigkeit? Ganz einfach. Es ist ein Versagen. Der Fall wird wohl neu verhandelt. Manuel S. soll wohl am 18. April wieder vor Gericht stehen wegen dem Fall. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also so wurde es vor ein paar Monaten berichtet. Ob das noch da jetzt gestanden ist, weiß ich nicht. Es sollte nur Entschädigung zahlen? Okay. Ne, ist draußen. Ich bin enttäuscht. Boah, Alter. Fragen behördlicher Bemühungen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, wie viele Spuren, Verdächtige und Hinweise es gab, wirkt es wie eine Farce, den Fall nach fast 20 Jahren als ungelöst beiseite zu legen. Angefangen hat es damit, dass die Polizei sich viel zu früh auf einen Verdächtigen einschoss und alle weiteren Spuren außer Acht ließ. Der Medienrummel setzte den Behörden so sehr zu, dass sie nachlässig wurden und so schnell wie möglich Ergebnisse wollten. Was nicht passte, wurde passend gemacht. Zeugenaussagen und Hinweise wurden ignoriert. Es gibt wohl kaum einen Fall, bei dem die Öffentlichkeit der Polizei bei einer so fehlerhaften Arbeit zusehen konnte. Das hinterlässt nicht nur Unverständnis, sondern auch Wut. Nach einer solch langen Ermittlung bleibt Peggys Täter unbestraft und ist auf freiem Fuß. Ob das der Trauer der Angehörigen gerecht wird, das wagt man zu bezweifeln. Doch dieser Fall regt auch zum Nachdenken an. Es ist mehr als traurig, wie viele zwielichtige Gestalten es in Peggys noch so jungem Leben gab, wie viele dieses Mädchen ausgenutzt haben und wie wenig andere Leute davon wussten oder nichts wissen wollten. Wenn wir etwas aus dem Fall mitnehmen möchten, ist es wohl das, dass wir alle aufmerksamer auf unser Umfeld und uns alle achten sollten. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Wahrscheinlich einer der mitreißendsten Fälle, die ich je behandelt habe. Das war crazy. Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Ey, geht zu Insolito, abonniert den. 400.000 Abonnenten ist viel zu wenig. Dieser Mensch, der macht krass gute Arbeit. Was soll ich dir sagen, oder? Was soll ich dir sagen, oder? So, so viele Leute, wo ich gesagt hätte, yo, okay, 100% steckt der dahinter, 100% steckt der dahinter und dann ist wieder das und das und das und dann ein Plottwist und dann Geständnis und Geständnis zurückgezogen und dann auf einmal in der Türkei, dann doch nicht in sowas. Bruder, dieses Video hat mir den Rest gegeben. Safe. Also jetzt sehe ich auch ein, warum so viele Leute geschrieben haben, yo, schau dir das Video an. Absoluter Wahnsinn. Also, bov, dankeschön für die 100 Bits. Ähm, ich denke, overall, wenn irgendjemand weiß, es wird sowieso nichts passieren, aber wenn irgendjemand weiß, was da passiert ist, dann sollte der das sagen. Du machst dir natürlich erstmal fett zur Zielscheibe damit, das ist mir bewusst, ne, aber es gibt so viele Leute, die halt verdächtigt werden und so extrem viel Aufwand wird da in die Ermittlung gesteckt und die halt immer noch nicht zu Ende ist anscheinend, ne, anscheinend gehen sie immer noch weiter mit Gerichtsverhandlungen und sowas und das kann man sich auch alles einfach sparen, wenn irgendjemand snitcht, wenn irgendjemand einfach den Täter verrät. Aber vielleicht haben da auch Leute zu sehr Angst, dass Beziehungen damit kaputt gehen, dass Familien damit kaputt gehen oder was weiß ich was. Na, wird wahrscheinlich nie gelöst werden, außer der Täter sagt selber was. Also jetzt gibt's kaum noch irgendwelche Beweise oder Sachen, die du finden kannst, die etwas Neues aufdecken würden, ne, ne, ich mal an. Wahnsinn, Wahnsinn.